Der beste Podcast meines Lebens ab jetzt auch auf Spotify und iTunes, Apple Podcasts. Finally. Schönen guten Tag, ihr wundervollen Menschen. Mein Name ist KWLSRVSQ, so war ich der King of Rap. Und ihr hört Teddy und Tucker, der beste Podcast meines Lebens. Ist wirklich so, Alter. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Tucker. Und das ist der beste Podcast meines Lebens. Der beste Podcast meines Lebens. Wir befinden uns in der 47. Folge des Podcasts und quatschen heute unter anderem über die Alben von Zero El Mero, Azad, die EPs von Galonero, Nazar, Nash. Und da dann Sorry ist auch noch dabei. 18 Singles sind heute im Programm mit drin. Und ein bisschen werden wir noch über die Charts quatschen, wie gewohnt. Tucker, alles gut bei dir. Was geht denn ab? Mikrofon in der Hand. Sonst alles gechillt, bisschen Verspätung. Gestern auf Hochzeit gewesen. Sonst alles gut. Was geht bei dir? Ja, Verspätung heißt, auf dem anderen Ende wird gewartet hier, Alter. Fleißig gewartet. Aber soweit alles vorbereitet. Die Zeit effektiv genutzt und schon die Fresher Leicht Charts vorbereitet und so weiter. Ihr wisst, der Grind ist real. Der Grind ist real. Und wie auch in jeder Folge kommt am Anfang gleich auch die Motivation raus an euch. Falls ihr uns unterstützen möchtet, wir sind auch auf Apple Podcasts und Spotify. Spotify uns gerne dort folgen und vor allem insbesondere auf den Apple Podcast Apps oder auf dem Portal dort. Gerne eine Rezension, da lassen wir uns fünf Sterne geben, damit wir nochmal schön hoch gerankt werden in Sachen Podcast Charts und so weiter. Und natürlich hier auf YouTube ganz wichtig, den Daumen nicht vergessen. Lasst einen netten Gruß unten in den Kommentaren da. Wenn nicht, dann wenigstens noch eine Frage für den Fragenblock, der hier immer gehalten wird, im besten Podcast meines Lebens. Ansonsten glaube ich, habe ich nichts fürs Intro. Da hast du noch was fürs Vorwort, Tucker. Ansonsten starten wir einfach mal. Ja, wir können starten. Dann machen wir doch den Start wie in jeder Woche mit den Charts. Und dort beginnen wir mit den Album-Charts und gehen mal die Neueinsteiger dort durch. Dort haben wir zwei Neueinsteiger. Neueinsteiger Nummer 1 ist Fabian Römer mit seinem Lebenslaufalbum auf Platz 17 und Ufo361 landet mit seinem Wavealbum auf der Pole Position. Platz 1 für Wave. Tucker, was sagst du? Irgendwas Überraschendes oder war es im Ungefährten auch so zu erwarten? Ja, also bei Ufo361 war es bei mir auf jeden Fall schon zu erwarten. Herzlichen Glückwunsch auf der 1. Nach seiner Wiedererstehung sozusagen ein guter Erfolg, dass er mit seinem Album auf die 1 gechartet ist. Und Fabian Römer, für mich ist das auch eine gute Leistung, weil ich ihn jetzt nicht so krass habe auf den Schirm wie jetzt andere Künstler oder sowas. Aber da müsste ich auf jeden Fall wissen, wie er sonst mit seinem Album gechartet ist. Aber ich denke mal, ich habe jetzt nicht irgendwie eine großartige Promophase von ihm jetzt mitbekommen oder sonst was. Deswegen denke ich mal, 17 ist für mich, also in meinen Augen, eine gute Leistung für Fabian Römer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er schon weiter vorne gechartet ist mit seinem Album als jetzt bei Lebenslauf mit 17. Was sagst du? Ja, ich wollte gerade mal nachgucken, wie es bei Fabian Römer sonst aussieht, aber doch. Oh, ich muss nie so eine Scheiße, Scheiße. Nee, kommt doch nicht. Kalenderblätter ist tatsächlich 2015 auf Platz 9 gechartet. Also ist das ein bisschen ein Abstieg. Aber also Promo-Technisch bezogen würde ich trotzdem Platz 17 als gut sehen, weil ich weiß noch nicht mal, ob der eine Box gemacht hat oder so. Aber das war wie gesagt so ein Release, was ich eher außen wahrgenommen habe. Deswegen ist das immer noch gut 17. Und Wave war nicht anders zu erwarten Platz 1 bei der Wartezeit. So viele Singles, die erfolgreich waren und auch das Album hatte generell sehr viel Vorlaufzeit. Heißt viele Vorverkäufe, viele Boxen und letzten Endes dann Platz 1, wenn nicht noch irgendein Konkurrent da aus einem anderen Genre irgendwie dem noch das irgendwie kaputt gemacht hätte. Aber das war es auch schon irgendwie. Chartmäßig, Album-Charttechnisch natürlich dann. Hier auch gleich die Nachricht, dass LaRusso mit seinem EST 1991 Album nicht gechartet ist. Aber ich glaube, das haben wir beide auch nicht erwartet, oder? Nee, ich habe es nicht erwartet. Also ich habe es schon erwartet, dass er nicht charten wird. Weil LaRusso war mir auch eigentlich kein Begriff. Und hätten wir den Podcast nicht, weiß ich noch nicht mal, ob der eventuell mir gar nicht unter die Augen gelaufen wäre. Wir haben noch ein Update, ein Album, das sich noch hier in den Charts bewegt, nämlich das Orson's Island Album. Das ist von Platz 9 auf Platz 43 runtergerutscht. Was sagst du, Taka? Ist das gesund oder ist das schon ein großer Schritt? Also ich würde sagen, Alter, dass es noch gesund ist. Es ist ein starkes Album und sowas, aber ich denke mal, das hat nicht so die Musikrichtung nach dem Motto Playlist. Und ja, du weißt ja, wie es sonst läuft. Manche Charten mit den Unboxen in der ersten Woche rein und dann sind die in der zweiten Woche raus. So wie zum Beispiel so ein Millionär oder so. Der halt in der Promophase dann eigentlich viel Werbung hat oder mit Leuten featuret oder sonst was da, wo du denkst, okay, bauen wir uns dies, das kriegst alles mit und dann sind die in der zweiten Woche raus. Aber die Orson's halten sich ja noch in der 43. Oder kennst du jetzt so einen Track von denen, da wo du denkst, dass das jetzt in die Decke steigt und dann die Playlist damit so füllt, dass man da den ganzen Klicks? Ja, stimmt schon, ist schon ein gesunder Sprung. Zweite Woche immer noch Top 50, warum nicht? Wie du gesagt hast, Millionär war auf Platz 8 oder so und ist direkt rausgeflogen. Da merkt man, dass die Orson's da auf jeden Fall verglichen dazu stabiler sind und auf der anderen Seite dann wiederum weniger Klicks auf YouTube haben. So, du weißt mal auf jeden Fall, Chart-Technik ist nicht immer ganz relevant, inwieweit du erfolgreich auf YouTube bist. Und das können wir gleich auch bei den Single-Charts nochmal beobachten. Deswegen würde ich mal vorschlagen, lass noch mal rüber switchen, ne? Wollen wir machen hier, Alter. Okay, 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 machen wir das doch einfach. Und starten mal hier unten bei den Single-Charts mit Azimemo und Gelato. Der landet auf Platz 97. Ufo361 featuring Luciano mit Gibgas, neu auf der 81. Ufo361 featuring Rin mit Next, neu auf Platz 70. Ufo361 mit Pass auf, wen du liebst, neu auf Platz 65. Dann haben wir noch Ufo361 mit Irina Sheik, neu auf Platz 63. Und jetzt mal ein bisschen Abwechslung mit Oleg Sech featuring A Boogie with a Hoodie. Und U-Mädchen auf Platz 38. Ufo361 featuring Young Heron und Lost auf Platz 18. Mero featuring Brado mit Ole Ole auf Platz Nummer 13. Und Summer Jam featuring Casey Rebel mit Rollerblades auf Platz Nummer 8. Kannst du dir ungefähr schon vorstellen, was ich damit meinte vorhin mit auf YouTube große Nummer, aber Charts wieder anders? Wenn du dir die Chartplatzierung anguckst. Reden wir jetzt gerade von einem Ufo? Ja, auch, aber... Oder willst du sagen Mero oder was? Ja, ich habe Mero gesagt, weil Mero YouTube-mäßig immer die Klicks zum Platzen bringt, aber dann charttechnisch weit hinter Leuten landet, die dann wiederum auf YouTube halt kleiner sind. Deswegen wollte ich mal checken, wie viel Ole Ole bei YouTube inzwischen hat. Ja, das habe ich gar nicht mehr mitverfolgt jetzt die ganze Woche. So was geht bei denen ab jetzt mit den Klickzahlen. Also Mero featuring Brado, Ole Ole nach einer Woche 6,1 Millionen Klicks. Oder knapp vor 6,2 Millionen könnte man sagen. Starke Klicks finde ich, wa? Ja, wenn wir dann Rollerblades zum Beispiel nehmen von Summer Jam und Casey Rebel, haben wir 2,3 Millionen Klicks. Und dann halt Platz 8 Rollerblades und Ole Ole auf Platz 13. Also das meinte ich halt, diese interessanten Facts. Komisch, ne? Ja, also YouTube zählt natürlich nicht für die Charts, aber trotzdem würde man damit rechnen, dass dann auf YouTube die Zahlen oder das Verhältnis gleich ist, aber ist nicht so. Komisch, ey. Richtig komisch. Ich finde das sehr, sehr komisch hier. Was sagst du? Hä? Achso, nee, nee, sag erst mal was. Nein, ich sage nur, dass du dann dir bei dem Video halt so viel klickst, also beim Video hast du so viel Klickst, als ob jetzt jeder so krass Videos schaut, anstatt das beim Streamen hört, so weißt du was ich meine? Ja, der hat ja immer noch das Argument, also ich sehe es ja immer, der hat immer das Argument, der hat viele türkische Fans und in der Türkei ist YouTube weitaus größer als Spotify. Spotify. Also da haben die gar keine Accounts, sondern ziehen sich alles noch bei YouTube und so. Oder, ja. Aber keine Ahnung. Ist das für Ufo viele Singles oder viele Songs vom Album oder hättest du mehr erwartet? Ne, ich glaube, für mein Gefühl, ja, ich glaube, das passt schon, weil ich habe jetzt nicht so jetzt ein Album so auf dem Schirm, dass ich das jetzt auch rauf und runter höre zum Streamen, außer jetzt, pass auf, haben die gar nicht mal drin in den Charts. Hier, Schat. Ja, ne, das ist wahrscheinlich kein Neueinstieg, der ist irgendwo wahrscheinlich in den Charts. Und hat sich verrückt. Sonst normalerweise denke ich mal, dass das schon so passt oder siehst du andere Singles noch in den Charts auf jeden Fall drin? Weiß ich nicht. Es kann ja sein, dass sie ein paar Songs noch drin waren und sich nur verrückt haben. Aber jetzt so Albumtracks, die man vorher nicht kannte, sind jetzt nicht großartig gechartet, weil alle irgendwie neu gechartet sind. Der einzige Song ist jetzt Lost und das war's. Ja. Ja, nur der Young Huren Song. Dann eigentlich schon unter den Erwartungen, weil bei einem Ufo-Release hätte ich dann schon gedacht, dass dann noch so drei, vier Albumtracks, die man vorher nicht kannte, noch mal neu in der Top 100 landen. Ja, aber Lost 18 ist schon krass, oder nicht? Ja, weit oben. Da merkt man, die Combo Ufo-Young Huren funktioniert immer gut. Sollten sie öfter machen. Kollabo-Album kommt! Hä, das wär's. Ja, Mann. Wave wie Caronaldo. Keine Ahnung. Katastrophe. Aber ich finde jetzt zum Beispiel Olexech auch weit vorne, dafür, dass kein Video kam. 38. Mit U-Mädchen. Also Pop. Das ist nicht. Pop Olexech oder Polexech. Ich kann den vollständig. Ja, der ist Pop Olexech, ey. Pop Olexech gefällt scheinbar auch den Spotify-Konsumenten. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin, ich glaube, wir haben eh noch eine Single von Olexech zu besprechen, dann können wir nachher nochmal dazukommen. Aber ich finde, das ist hier komisch aktuell. Azi Memo mit Gelato ist voll random, auf 97 noch geschafft, weil der Song ist richtig schlecht weggekommen. Und an der Stelle würde ich sagen, ich lese einfach mal die Fresh Olexech-Scores vor. Gelato von Azi Memo hat von euch 31% gekriegt, ist damit ein Lech. Dann haben wir als nächstes U-Mädchen von Olexech und Ebugi Wedehuri auch ein Lech mit 39%. Und Ole Ole von Meadow und Brado hat von euch 11% bekommen. Ist damit auch ein klares Lech. Und Rollerblades ist der einzige Neueinsteiger, der von euch oder eurer Meinung nach Fresh ist. Mit knappen 67%. Also mit 2% gerade mal im Fresh-Bereich drin. Roller, 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 Rollerblades. Ja, 67%. Knappes Fresh. Ja. Also ich habe ja okay, Tendenz zu Lech sogar gesagt. Ja, ich habe ja Fresh gesagt. Ich fand es fresh. Aber Ole Ole, Meadow, wieder mal Platz in der Lech-List. Ja, ich glaube, wieder ein Top-5-Fall. Weiteres erfährt ihr morgen oder erfahrt ihr morgen, sagt man, glaube ich. Auf dem Fresh-Bereich-YouTube-Kanal gerne abonnieren, Chart-Updates, Check-In und so weiter. Ich poste übrigens jetzt auch immer die Platzierung auch in meiner Story, wenn es zu Postings auf dem Insta-Feed von der Fresh-Bereich-Seite kommt. Gerne auch folgen an der Stelle gesagt. Poste ich jetzt auch immer die Platzierung in meine Insta-Story. Gerne folgen. Lass mal einfach, oder hast du noch was zu den Scores zu sagen? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Dann haben wir hier noch zwei Updates. Da haben wir Kapo mit Run, Run, Run. Der ist von Platz 6 noch gut in der Top-10 eigentlich auf Platz 9 runtergerutscht und eiskalt von Loredana und Mozik ist stabil auf der 2 geblieben. Das ist krass, ne? Ja, Mann. Krass. So eine... Also, ihr Dings... Loredana auf jeden Fall krass, dass sie noch Stand auf der 2 bleibt. Das Lied ist bei mir auf jeden Fall schon tot, tot. Und Kapo, Run, Run, Run auch. Alter, dass das so eine krasse Dings ist. Also, so... In einem Single-Chart so krass vorne ist. Du hast so... Äh, äh, äh... Hätte ich nicht gedacht. Hätte man echt nicht gedacht. Läuft, ey. Hat er sich da bei... Dings gute Gedanken macht bei dem Track, Alter. Ich weiß nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das auf jeden Fall so weit vorne ist und dass das jetzt so... durch die Decke geht, Alter. Für mich ist das krass. Ja, Mann. Achso, ich hab noch eine Top-Ten-Update. Habe ich noch. Ufo361 ist mit Raph vom Platz 12 hoch auf die 7 gerutscht. Der ist wieder in der Top-Ten. Oh, ja. Durch das Album. Und weil man das dann öfters gehört hat, ne? Ja, ist so. Nummer sowieso. Aber Kapo hast recht. Sehr, sehr gut, dass der da noch ist. Also die läuft scheinbar sehr gut. Und Eiskalt von Loredana wäre wahrscheinlich sogar so eine Nummer 1 gewesen, wenn die da nicht so eine starke Konkurrenz mit Shawn Mendes und Camila Cabello hat, mit Senorita. Weil das ist so ein Pop-Song. Ich glaube, der wird noch ein paar Wochen auf Platz 1 sein, weil die beiden Künstler einfach zu groß sind. Also das ist so eine Nummer, das hören alle Altersgruppen, die einfach nur Radio anmachen so mäßig. Deswegen hat die da Probleme. Sonst wäre Eiskalt vielleicht sogar zwei Wochen auf 1 gewesen. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ey, an dieser Stelle würden wir jetzt rüber zu den News gehen. Wir haben für diese Woche aber keine News niedergeschrieben, da wir ja mit den Releases und den Singles auch nochmal richtig viel Masse zu besprechen haben. Deswegen würden wir das einfach diese Woche wieder auslassen und uns direkt auf die Singles stürzen. Und da machen wir einfach mal den Start mit Nasa featuring Sido und Brudi nicht, weil dieser Song auf der EP ist, die wir dann einfach nachher im Album-Blog besprechen werden. Ey. Okay, 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 okay. Meinst du nicht? Meinst du nicht? Saeed 212. Die ist, was ich meine. Ja, ich weiß, aber hatten wir nicht, hatten wir nicht noch eine Single schon mal von dem gehabt in den Playlist? Ich glaube schon, ne? Ich glaube irgendwie, boah, es gibt einfach zu viele Saeeds und ich glaube, da hatten wir auch den Joke eben was mit Saeeds gemacht. Da kann ich mir auch vorstellen. Aber nee, also ich habe jetzt bei YouTube mal eingegeben, vor einem Monat kam eine Single Puff Daddy, sagt mir so auch nichts. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein Fall, den ich einfach nicht wirklich kenne und auch mit dem Song jetzt auch sage, okay, nee, wäre jetzt nichts für mich. Würde ich auch Eiskalt Lech geben, weil ich fand die Huck nervig, ich fand den Beat von Lou Cry, Lou Cry mäßig, aber der hätte jetzt nichts Großartiges draus gemacht. Was sagst du? Ja, bei mir finde ich auch ganz ehrlich, das war jetzt nicht so eine Nummer, die mir jetzt so, also in dem Kopf bleibt. Nur der Chorus war irgendwie so. Was ich meine. Ja, meine, meine. Ja, keine Ahnung. Doch ein Okay, oder? Nee, ich würde mir trotzdem mal ein Löcher aufdrücken. Nee, war jetzt also, bei mir war das jetzt keine besondere Nummer. Der Beat war jetzt okay, aber so. Ja, Lou Cry, aber ich finde auch Lou Cry ist inzwischen mir teilweise viel zu ähnlich, also die 808 ist gefühlt immer die gleiche und so, deswegen, er hat es drauf, aber er ist jetzt, er macht jetzt nicht mehr so die krassen Brecher, so Pate Fleece mäßig, habe ich jetzt kein Beat mehr in letzter Zeit so gehört. Aber ja. Weißt du, was ich meine, ne? Es ist, ich sage einfach Lech und es ist nichts für mich, Licht aus. Ja, auch nichts. Machen wir Licht aus, Spot an für die nächste Single. Ja, Mann, sehr gut überleitet, MC B-Lay mit 100.000 Frauen und dann denkt man so bei dem Titel, okay, hat jetzt MC B-Lay zum ersten Mal auf die Kacke gehauen oder was ist da los? Aber nee, es ist Tatsache wieder ein Liebessong. Der, also für mein Gefühl, dann auch wieder zu Dings ist, dieses, der einfach durch mich durchrauscht, so, da ist zu wenig, was mich wirklich abholt oder, ich weiß nicht. Er bespielt halt seine Zielgruppe sehr gut, aber ich bin damit nicht angesprochen, deswegen wäre es halt wieder so ein Fall, wo ich sagen würde, maximal halt okay, weil er seine Zielgruppe halt immer sehr gut bespielen kann, weil das halt sein, das ist sein Ding. Ja, ja, das wollte ich auch sagen, weil ich fand jetzt, ist halt sein Ding, seine Art, ich muss diese Musik nicht jetzt so oft erkennen, also man weiß ja, was man über ihn gesagt hat schon, weil das ist sozusagen immer eine Wiederholung. Ja, vor allem immer, wenn Klavier da ist, dann sowieso, dann ist, man kennt es, ist eine Wiederholung, man weiß, was wir Tracksappen machen, es ist nichts Neues und das Ding ist einfach, klar, ich fand es jetzt nicht schlecht, wie er das jetzt performt hat, so, war jetzt auch nicht jetzt so irgendwie so ein Lesch-Text, fand ich, das war jetzt so ein solider Text, fand ich, als ich das so gehört habe und jetzt im Gesamten fand ich das jetzt okay, aber ich finde es jetzt so krass, dass er halt immer die Musikrichtung macht und es geht immer um Liebe und Frauen, die ganze Zeit. Ja, ja, ist schon, aber das ist halt dieses Komische, auch allgemein bezogen auf Rap, so denkt man sich so oft, der macht nur das, der macht nur das, der macht nur das, aber eigentlich ist das auch voll der Standard, dass ein Rapper halt nur eine Linie fährt. Der Straßenrapper macht auch immer x-beliebige Straßentricks und dann hat man halt mit MC Bieler den Herzschmerzrapper, der halt nur Herzschmerz-Songs macht. Es ist nur dann halt in dem Feld sehr schwer, abwechslungsreiche Sachen zu machen und dann halt beim zehnten Song immer noch einen abzuholen, weil du halt immer noch über so, ich liebe dich und die eine Frau und dies, das Raps, das kann man sich halt nur bis zu einem gewissen Grad anhören, es sei denn, es ist halt musikalisch so anders, wie es halt im R'n'B ist, da wird auch nur über Liebe gesungen, über Liebe und Sex, nichts anderes, aber jeder Song ist natürlich in sich komplett anders und hier ist das halt zu ähnlich verarbeitet. Piano-Beat und ich liebe dich und ich würde dich gerne am Altar sehen und so. Das sind halt die Floskeln, die dann auch textlich jetzt mich nicht übelst vom Hocker reißen, aber es ist immer noch solide, okay, MC Bilal, Gruß raus an dich. Ja, man, Gruß an MC Bilal. Bilal und an dieser Stelle gehen wir weiter zu Morten mit Fledermäuse und ich weiß dir immer, wenn Morten da ist, vergiss dich die Songs, ich muss nochmal spicken. Deswegen höre ich das jetzt, muss ich auch gerade spicken und höre jetzt gerade und als das jetzt schon angefangen, war das jetzt auch so ein Song oder Track, der bei mir einfach so an der Seite weggeräuscht ist. Ja, und vor allem auch, der ist auch voll zwei Minuten, Hälfte des Tracks ist nur Beat und dann, also das klingt wie eine Skizze, also ich würde da sogar Lech sagen. Ja, ich gebe auch Lech. Weil vor allem, der ist nicht mal hingeblieben, da war wie so ein Skid in der Dings, in der Playlist, also da würde ich auch gleich den Wechsel machen, so schnell wie der Song rum war, will ich auch schnell hier fertig sein. No offense natürlich an der Stelle, aber nix für mich, weiter geht's. Haben wir endlich, yeah, Thun ist zurück. Thun. Ey. Kann was. Thun. Pablo, Königherz, er ist zurück und sein erstes Single nach der langen Pause heißt Bendo und wir haben uns die natürlich reingezogen und ich als Thun-Fan, muss ich an der Stelle natürlich sagen, hab dann gewisse Ansprüche und Erwartungen und bei dem Song habe ich ein paar Anläufe gebraucht, wie war's bei dir. Okay. Wie findest du Bendo? Wie ich Bendo finde? Ja. Also, erstens, was ich schon mal sagen kann, auf jeden Fall gibt es tausendmal bessere Tracks von Thun, fand ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich fand den Beat irgendwie nicht nach meinem Geschmack, ich fand den irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, warum. Anstrengend? Ich fand den irgendwie so komisch, ey. Ja. War jetzt... Ich fand den, also ich fand den ein bisschen, oder warte, ja, doch, ah, obwohl, ja, ich find den Wenn dann so ein bisschen langweilig eventuell, aber eigentlich auch nicht, weil ich find, wenn er Gas gibt, gibt er, obwohl, ich müsste noch mal reinhören, glaube ich. Aber erzähl. Ja. Also, ich fand den immer textlich stark, ne? Der ist jetzt da auch nicht schwach, aber, keine Ahnung, ich find den Track irgendwie ein bisschen anstrengend, ey, ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie so... Ja, wegen Bendo, 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 und dieses im Hintergrund immer diese Ad-Pick, ich, ah, und so, weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, was du beim Beat meins mit anstrengst und so, ja, ja. Ich weiß nicht. Jetzt versteh's. Ja, also ich find, ich fand den am Anfang auch so ein bisschen so, war ich so nach dem Motto, okay, für eine erste Single nach der Pause hätte ich halt einen Kracher erwartet und das war der erst mal nicht, aber umso mehr ich den gehört hab und verglichen zu den ganzen Singles, die halt diese Woche rausgekommen sind, war das halt ein Rausreißer und ein Song, den ich gern gehört hab. Okay. Deswegen würde ich da auf jeden Fall den Unterschied machen, aber auch halt da die Anmerkung machen, dass ich, wie du gesagt hast, auch von Toon krassere Sachen kenne als jetzt Bendo. Aber das hat mich auch ein bisschen an Tommy Lanes erinnert, so von der Vocal Delivery und so. Aber der ballert halt, ne, wenn der Melodieus irgendwie durchgeht und so, das geht halt gut rein, oh, wum, direkt und deswegen, ich würd da fresh geben, einfach, ich bin glücklich, dass er wieder da ist und hoffe, er macht da nicht wieder so eine Pause, weil ich wusste jetzt auch gar nicht, warum es da jetzt so eine lange Pause gab. Weiß man, weiß man einfach nicht. Nach dieser Nase-Voll-EP, die ich, Alter, ich hab die tot gehört. Ja, also Voll-EP war krass, das ist eine krasse EP gewesen, ey. Ja, und man merkt auch bei dem Song hier, er bleibt thematisch immer noch seiner Linie treu, ey. Seine Linie treu, ey. Aber bei mir ist es okay. Fresh von mir, was sagst du? Bei mir ist es okay. Okay, okay. Tendenz ist fresh, fresh und okay. Ich bin gespannt, was die Community sagt. Ab morgen die Abstimmungen, ihr wisst Bescheid. Sufjan featuring UFO-361 mit New Jack haben wir an nächster Stelle, Sufjan. Nein, nein. Und UFO-361 ist auch eine Kombo, die ich erstmal nicht gesehen hätte, aber das Ergebnis ist jetzt auch nicht so weltbewegend, als dass ich gesagt hätte, krass geil, dass sie sich gefunden haben. Ist so, ich fand's nicht so. Ich find's mittelmäßig bis hin zu alternervig, weil vor allem der Part am Ende von UFO ist voll schlecht gemischt. Ja, anders gemischt und ich fand den auch nicht gut, Alter. Ja, anstrengend. Ich fand den nicht gut, den Track allgemein fand ich auch nicht gut, also ich bin dafür, also ich geb dem Track auf jeden Fall ein Lech, wa? Ich fand den echt nicht gut, ey. Das ist auch nicht irgendwie so gewesen, dass ich dem ein Okay aufdrücken konnte, ey. Ich fand UFOs Part schlecht, die Abmische war halt auch schlecht, textmäßig schlecht. Nur das Einzige, was ich an dem Track jetzt gut fand, ist das Feature, dass das jetzt so zustande gekommen ist, aber so an sich ist das auf jeden Fall kein Track, den ich mir nochmals geben werde. Und wie fandst du den Part von UFO, wo da wieder Kopfstimme? Ja, so, ja, ja, da kam er mit. Musst du jetzt immer überall einbauen, ne? Musst du jetzt irgendwie überall einbauen, seine Kopfstimme. Ja, ja, also Sufjan fand ich jetzt auch nicht so krass. Ich find Dings, die Beats, weil das ist ja dieses SOS-Album, ich glaub, weil Sufjan mit SOTT dieses Album komplett gemacht hat. Und ich mag die Beats von SOTT, der Beat ist auch voll geil. Und eigentlich auch wieder Sufjan-Flow-mäßig durch geht's auch cool, aber Sound-mäßig wird's dann gegen Ende bei UFO halt ein bisschen ekelhaft, sodass ich das als Gesamtgefühl halt irgendwie dann auch nicht so geil rausgehe. Ich würd dann okay mit einer Tendenz zu Lech sagen. Ja, dann. Ja, okay mit Tendenz zu Lech. Ja, dann ist es ja mal so, ne? Ja, dann ist er so. Dann gucken wir mal weiter, dann haben wir noch einen Comeback. Sinan G hat hier nicht Pause gemacht nach seinem einen Album, wo er schon mit auf der Lech-List vertreten ist. Er will da noch mit einem Nachkömmling kommen dieses Jahr. Erste Single, Money-Therapie, kommt da mit Spanish Vibes und er kommt da so ein bisschen mit, also der fährt doch voll die Humorschiene, ne, oder? Welche, was für eine Schiene? So Humorschiene, so wie Farid mit Millionär und Niemals Antäuschen-mäßig und so. Aber der, ja, ich weiß, was du meinst, auch vom Beat her, merkt man das so, diese Schiene, ne? Ja. Aber ich fand's irgendwie trotzdem nicht schlecht, oder? Also bei mir ging das irgendwie klar, Alter. Klar ist das jetzt wieder hier diese Nummer nach dem Motto, so auf den Zug drauf springen, so streamen lasse ich, also so, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, äh, hat er gut hinbekommen irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Krass, Alter, hätte ich nicht gedacht, weil ich fand die Nummer Katastrophe, also ich fand die zum Tod lachen. Ich fand die... Ich weiß nicht, Alter. Ich find, Dings, warte, was hatte der auf dem letzten Album? Irgendeine Single, die auch so lustig war, aber die so lustig wieder war, dass sie wieder richtig geil war, die ist Rendezvous, glaub ich. Sie sieht mich an und will ein Rendezvous. Das war lustig, aber das war jetzt einfach so, muss nicht sein. Du, ich glaube, wird ja auch bestimmt nicht gut bewertet, aber ich drück dem trotzdem meinen Fresh auf. Ich fand's irgendwie nicht schlecht. Wow, boah, das ist jetzt aber heftig. Ich fand's nicht schlecht. Fresh hätte ich nicht gedacht. Fresh hätte ich nicht gedacht, ey. Boah, also ich find den safe, Lech. Ich hätt sogar vielleicht überlebt, ob Dash of the Week, weil der Money Therapie, der Song hat mich auf jeden therapiert. Ne, Fresh of the Week gebe ich den auf jeden Fall nicht, da gibt's einen anderen Song. Ey, okay, dann sind wir mal gespannt und gucken, ob der nächste Song der Song ist, von dem du sprichst. Gringo mit Puls und Kontra K mit Champions, wir sind, ne, 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 mit 80er Vibes, Abmischung des Grauens, Kontra K in dein Ohr rein, ey, ich schwör's dir, der Song Katastrophe, was sagst du? Oh, das ist schlimm, oder? Boah, unnormal. Ja, weiß nicht. Und ich find auch generell, der Track klingt einfach ekelhaft, weil der voll scheiße gemischt ist. Ja, und irgendwie... Und Kontra K kommt wieder mit der Stimme, wo der immer noch die Melodie in seiner Rap-Stimme hat. Komm mit den... Bisschen durcheinander. Der Trick habe ich irgendwie durcheinander auch vor, Alter, ich weiß nicht. Ja, der Beat zu viel, der Beat hat fünf Sachen gemacht. Erst hat er am Anfang dieses 80s, dann kommt im Park normal und dann auf einmal Afro-Trap. Komm, schickum, 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 also ganz Katastrophe. Also ich find Katastrophe, das sind glaube ich fast Lash of the Week. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt Lash of the Week ist, aber war auf jeden Fall sehr Lash. Sehr Lash. Champions auf keinen Sinn. Ne, Champions auf jeden Fall nicht. Komisch, Alter, ich weiß nicht, der Trick war auf jeden Fall Lash. Also bei mir Lash. Und Gringo auch voll, das war einfach zu viel. Goldfinger hat glaube ich wieder den Beat gemacht. Das war echt zu viel. Der Beat war zu krank. Das war alles. Ja man, alle Elemente waren einfach zu viel. Das Chorus war auch, die haben zu viel probiert, die wollten richtig so dieses, weil die hatten auch so ein Lyric-Video glaube ich mit so Junko Van Damme-Videos und so. Ja, ja, mit Dings Bloodsport oder weiß was ich was. Genau, genau. Keine Ahnung was da für Filme da im Hintergrund da auf jeden Fall liefen, aber man sollte irgendwie auch wieder so Motivation nach dem Motto, so sei stark im Leben. Ja, ja, genau, weil diese, genau wie das gesungen ist, die Hook alles so, das ist wie hier irgend so ein Rocky-Lied. So Rocky trainiert gerade, läuft die Treppe hoch, so weißt du. Deswegen 80er in deinen Arsch, aber für mich war es für einen Arsch. Ja. Ne, nichts für mich. Gehen wir weiter zu To The Moon-Kurs, da war es schon mal Phoenix. To The Moon ist ein Producer-Duo, 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 was ich rausgefunden habe, Explosive und Abbas sind das, die jetzt da ein Produktionsprojekt auf die Beine gestellt haben. Die ersten Gäste, die dort bei den Beats Platz nehmen, sind Moe Phoenix und Savas. Was sagst du zu der Kombi? Ist das eine Nummer, die du dir anmachen würdest und feierst? Also, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich erst mal ein bisschen traurig. Ja, wegen Dings. Erst mal war ich verwundert oder traurig wegen der Kombi, weil Moe Phoenix haben wir, glaube ich, beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen zu Tode gehedet oder so. Da habe ich das Gefühl gehabt, wegen dem Album. Das war doch sein Album. Ja, dieses Emotion-Album war schlimm. Als ich da erst mal die Kombo gesehen habe, dachte ich mir so, krass, Alter. Danach habe ich mir den Track das erste Mal angehört, da war ich auch erst mal, dachte ich so, oh, Alter, hätte ich nicht gedacht, dass sowas da so entstanden, also, dass sowas kommt, muss ich ehrlich sagen, ehrlich. Aber dann, als ich zwei, drei, vier Mal so da hingehört habe, dann habe ich voll den Ohrwurm bekommen. Dann, das Ding ist noch, der Beat war irgendwie so, ach, so 18-lastig, so dieses so, man sagt so richtig so, wenn Papa so die alten Lieder so hört, so. Ja, 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 so diese, auf einmal war das voll im Kopf drin, und dann der Chorus auch irgendwie und immer dieses, ja, dann ging das auf einmal, ja, dann ging das voll auf einmal in meinen Kopf rein und dann habe ich da, muss ich zugeben, auf einmal so Interesse gefunden an dem Track, Track. Dann war es doch fresh. Dann war es doch für mich doch fresh. Boah, da hat der ja voll den Wandel gemacht. Richtige Achterbahn, so eine Kurve. Ja, also da muss man sagen, Glück gehabt, dass ich den Track mehr als einmal gehört habe, weil sonst wäre dann bei mir, glaube ich, okay, dann ist es so leicht oder vielleicht sogar leicht gewesen, aber am Ende doch ein fresh. Ehrlich. Obwohl der Part von, oder der Text von Zauberich jetzt nicht jetzt so für mich jetzt so Savas lastig ist irgendwie so dieses, weißt du was ich meine? Der war so jetzt okay-mäßig so der Text, aber so in der Combo zusammen hat das dann irgendwie doch funktioniert und für mich war das dann doch so, ja okay, doch kann man sich auf jeden Fall sehr anfreunden mit dem Track. Ja, ich finde den... Hat der was ausprobiert sogar, Savas, würde ich mal sagen, ne? Ja, ja, eben. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass er wieder das Wasser testet, wie warm-kalt das ist, weil er ja jetzt demnächst anfängt mit Xavier Naidoo das Album zu machen. Und das ist auch so die Richtung wieder Pop, so mäßig. Und ich sehe gerade auch bei Apple Music, hier steht nur Pop bei der Single. Deswegen wollen die mit To The Moon wahrscheinlich sogar so ein Pop-Ding machen und das ist halt die erste Nummer. Aber ich mag halt Mo Phoenix-Stimme aktuell halt null. Ich weiß nicht, ob das Album jetzt schuld ist, weil beim ersten Album habe ich ihn eigentlich schon so für seine Songs gefeiert, aber ich weiß nicht, ich fand's anstrengend. Die Hook mit dem Beat, das ist einfach zu viel. Savas-Hook Versus natürlich solide so, aber im Insgesamten kann ich da nicht über ein Okay gehen. War ein bisschen anstrengend. Sie ist meine Madonna! Jetzt hast du diesen Beat im Kopf. Und ja, was ist denn mit dem? Warum kommen die jetzt alle mit 70s, 80s? Fick mal leid. Junge Bowser hat damit angefangen, ne? Mit FML, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Das war auf jeden Fall am ausstechendsten. Ich will Sex und du willst Sex, wir texten hin und her. Ey. Und komm her. Ey, ja Mann, Alter. Im Gepäck zwei blaue Pillen und weißer Wein. Ey, so. Ah, uh, uh. Komm, wir gehen weiter zum nächsten, Alter. Dann haben wir Oinique mit Kortel. Oh, voll verkackt. Oinique mit Kobra-Kartel. Korrektion natürlich an der Stelle Unique. Kobra-Kartel. Ich muss sagen, der Beat ist, boah, der Beat ist heftig. Ja, Mann, der Beat ist heftig. Ehrlich, der Beat ist krank. Der ist bombastisch, dieser Beat, Alter. Der ist sexy. Der Beat ist heftig. Aber, äh, ich finde, äh, den Track, so, was sie draus gemacht hat, ich fand's am Anfang, äh, äh, ging mir irgendwie die Stimme irgendwie ein bisschen so auf die Nerven. Okay. Also die, die Delivery-Art, wie sie halt über den Beat gegangen ist. Aber dann nach paar Dings, äh, paar Mal so zwei-, dreimal durchstellen, dann, muss ich sagen, hab ich die Hook schon so mitgemacht, so ein bisschen. Der Cobra-Kartel. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Obwohl ich den Movement immer noch nicht verstehe. Ich weiß nicht, was das, ist das nur eine Schlange und die haben das als Crew-Namen oder weiß ich nicht. aber auf jeden Fall, ich feiere den Song. Ja, doch. Also ich würde da alleine der Beat hat diesen Song schon so stark auf also den Ausschlag so stark auf Fresh gemacht, dass die eigentlich richtig viel kaputt machen müsste, dass die Nummer nicht Fresh wird. Also ich finde den Beat bombastisch. Ich gucke mal gleich, wer den gemacht hat, aber erzähl mal, was sagst du zu dem Song? Ja, aber der ist schon der ist schon geil, ehrlich. Beat ist geil. Unique kennen wir ja, aber reicht eigentlich, weil auf dem Beat, die hat schon was Gutes gezaubert drauf. Also der Song ist auf jeden Fall stark. Ich gebe den auf jeden Fall an Fresh. Ballert, ballert auf jeden Fall. Props, Psy hat den Beat gemacht oder Psy, der hat auch das ganze Dingsalbum fast gemacht, glaube ich, das äh, äh, wie heißt der? Der Manuel, Cass, Cass Album. Also ich schwör's dir. Und jetzt fällt's mir auch wieder ein, weil da fällt mir bei dem Beat halt die 808 so auf, weil die so krass geil programmiert ist. Und das war auch zuletzt bei einem Oleg 6-Track. Da meinte ich auch im Podcast so, boah, die 808 ist heftig. Und das war dann auch Psy. Also der ist so ein Kandidat, der macht da seine 808 sehr frisch, fett, heftig. Das heißt, das Wort geht hier raus an jeden Produzenten. Wenn ihr der Meinung seid, ach, eure Beats brauchen noch ein bisschen Punch bei den 808s, dann geht mal rüber zu Psy, macht da eine Kollaboration. Ich glaub, der ist in den Sachen mit einer der fettesten im Deutschrap gerade. Also fresh auch von mir, fresh von dir, wa? Ja, auf jeden Fall. Von mir auf jeden Fall fresh. Ja, Mann. Gehen wir weiter zu Next Girl to Mommy. Also zur nächsten Stimme von Cashmo und Echo. Ich würde dir da gerne Vortritt lassen, weil ja, erzähl mal, wie findest du den Track? Ich weiß nicht, was ich jetzt genau dazu sagen soll, weil als ich den Track so gehört habe, dann fand ich den erst mal so irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Ausdruck man da sagen soll. Man hat auf jeden Fall verstanden, was für ein Vibe, die ausprobiert haben. Man kannte das so, die Trackarts und so, wie die das gebaut haben mit diesem Next Girl to Mommy, die ganze Zeit in Partys, das sind so diese älteren 2000er, Ja Rule, 50 Cent Songs mäßig, irgendwie hat ich mir gehört. Ja, das hat man sowieso bei Cashmo meistens, also entweder noch älter wie Tupac oder dann noch ein bisschen vor, so wie Ja Rule, so. Und der war irgendwie so locker weg, so. Ich weiß nicht, wie ich das sonst erkläre, dann, der war so locker weg, war nichts, äh, war jetzt nicht fresh mäßiges und war jetzt auch nicht lächelig, das war einfach so ein Okay-Track, ja, du gibst dir den, findest den ganz okay, so. Beat war okay, textmäßig okay, alles irgendwie okay, so. Das war jetzt, ich weiß nicht, da waren voll die Cashmo-Signalwörter mit dem Part, äh, von ihm. Ich weiß nicht, der hätte auf jeden Fall Echo auf Ghetto gereimt und so. Ja, ja, das hat der, das hat der, ja. Der macht voll oft, der durch die blocks halt mein Echo, er nennt er Ghetto, also der hat sehr oft diese Ghetto-Echo-Reime. Und ich glaube, das größte Problem ist, wie Cashmo die Hook eingesungen hat. Ich war so, ja. Das war so locker weg und das killt, ja, das killt voll den Vibe und vor allem auch killt das extrem den Vibe, weil das irgendwie auch verglichen zu den Parts lauter gemischt ist. Und immer, wenn Cashmo in den Parts dann mit seinem Next Girl to Mami kommt, das ist voll awkward. Der ist dann immer lauter als der, der den Part rappt und das ist dann bei Echo's Part ganz schlimm, weil Echo's Zeilen immer in das Next Girl to Mami reingehen. Ja, das heißt, du hörst die letzten Worte von Echo nie. Der rappt weiter und dann Next Girl to, als ob die ganze Cashmo den unterbricht und ins Bild reinkommt. Next Girl, weißt du, weil er halt lauter ist. Deswegen, das war, also beim ersten Mal hören, musste ich voll lachen. Also ich weiß nicht, ich fand das okay, Tendenz zu lachen sogar. Ja, bei mir ist es okay, solide Tricks sogar. Ich weiß nicht, das wurde auf jeden Fall so im Instagram so geteasert, so nach Motto, das wird voll der Hit, aber ist bei mir nicht so safe. Nein, also das dachte ich auch so, weil ich hatte das auch irgendwo mitbekommen, dass er meinte, das nächste Ding mit Echo wird, ah ja genau, ich habe das TV Straßensound Interview gesehen. Ah, okay. Da meinte der so, das Ding mit Echo wird groß. Ja, guck dir das mal an. Weil vor allem im Interview ist mir erst bewusst geworden, sein Verhältnis zu Motrip ist nicht mehr gut. Hat er da irgendwie auserzählt, dass da irgendwie die dann kein gutes Verhältnis hat und der hat keinen Bock mehr auf den hat und nichts mehr mit dem zu tun hat. Ach so. Wusste ich nicht, ja. Also Interviewempfehlung, verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Ey. Komm, wir gehen mal weiter zu PS Sports mit. Ich bin okay, 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 ich bin nicht gestorben. Findest du auch, dass das so ein bisschen wie sein Signing klingt? Ja, 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 ja. Ich habe direkt auch gedacht, er versucht jetzt Jamul so. Oder er hilft sogar. Ich hatte sogar die Annahme so, ey, ist das jetzt so, dass vielleicht das sogar eine Jamul eine Nummer war, die dann PA für sein Album genommen hat? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, inwieweit die in den Hintergründen auch wirklich so Songs teilweise hin und her werfen, aber darauf würde ich tippen, dass okay ein Song von Jamul war und PS Sports oder die Hook einfach von ihm ist oder so. Das klingt so stark nach Jamul und du kannst dir die Stimme da drin voll gut vorstellen. Aber was sagst du zum Song so? Ja, aber ich fand auf jeden Fall, dass das jetzt erstmal eine Single ist, die ich auf jeden Fall positiver von den Album-Singles jetzt gesehen habe, fand ich. Weil die letzten Singles waren ja entweder solide oder sogar läch. Also ich fand Dings bis jetzt am besten, dieses mit Jamul und Mochip. Das war sogar ein guter Song. Ja, aber guck, jetzt sagst du mir das und jetzt habe ich das erst wieder im Kopf. Das war stimmt, das war ja sogar fresh, glaube ich. Ja. Aber die ist jetzt, habe ich jetzt sogar vergessen jetzt sogar. Mhm. Also der Mund. Keine Ahnung. PA Sports ist jetzt okay, fand ich jetzt eigentlich fresh, wa? Also ich fand die Nummer jetzt eigentlich chillig. Er hat das auch jetzt gut hinbekommen, aber ich habe daran, als ich das angemacht habe, so wie bei dir auch direkt Jamul drin gesehen. Mhm. Ich glaube sogar, die Nummer ist fresh, aber ich glaube sogar, Jamul hätte die dann sogar noch heftiger hinbekommen, aber trotzdem, trotzdem ist gut. Genau, das ist das. Genau, das ist das. Der ist ja, glaube ich, auch bei dem Track da mit Jamul sogar untergegangen, PA Sports. Ja, ja, genau, ja, stimmt. Der war ja auch so. Aber ohne den hier zu vergleichen, fand ich jetzt, der Track war trotzdem fresh. War ja okay. Na, ich war's fresh. Ich fand den okay, okay. Ich fand den ohne Witz okay. Der ist jetzt, ich fand es am Anfang aber auch ein bisschen komisch, dass der so viel Autotune macht und so. Ich habe mich dann halt mit jedem mal damit so angefreundet und der ging schon so gut rein, so solide, so. Ist okay, mittelmäßig. Aber ich fand halt, in den Parts gab es auch wieder so Zeilen vom PA, wo ich mir denke, die reduzieren alle ihre Skills halt irgendwie so weit, dass die eventuell auf dem Level stattfinden wie die ganzen Erdos oder so, weiß ich nicht, damit die mehr Reichweite in den Playlisten haben oder so. Aber ich finde es halt manchmal echt fraglich, warum die halt so Zeilen nehmen, wo ich mir denke, die Zeilen hast du doch locker schon in deinen ersten Jahren als Rapper gerappt, so. Weißt du, deswegen, keine Ahnung. Ich sage, okay, okay, okay. Okay, 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 jetzt wird es interessant, jetzt wird es interessant. Mois hat seine neue Single, also nicht mehr seine erste, weil der erste Song war ja mit San Diego zusammen, sondern seine erste richtig ernst gemeinte Single rausgehauen namens 1991 und hat darin seine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt, Familienleben und so, ist also Dieb geworden und will jetzt, also so wie ich es aufgefasst habe, wirklich im Rap-Kosmos stattfinden und das ist so sein Startschuss da rein. Taka, was sagst du? Ist das ein Song, womit er sich gut platziert oder gibt es da Sachen dran zu mäkeln? Mäkeln? Ja, ich glaube, so oder so bei seinen Fans ist er, so oder so bei seinen Fans ist die Nummer gut platziert. Aber ich bin jetzt einfach ein, hier, ich bin ja nicht sein Fan und so und ich fand die nun mal schön in dem Sinne, dass er so Storytelling macht und jetzt von seinem Leben so ein bisschen erzählt, aber ich fand die irgendwie komisch umgesetzt. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte so beim ersten Mal hören so ein komisches Gefühl, beim zweiten Mal war es schon ein bisschen besser, aber trotzdem der Chorus war komisch. Wow. Da fand ich schon, da war es schon sehr anstrengend. Und die Parts waren auch irgendwie, wie auch wer, wenn er irgendwas so erzählt, diese Aussprache und der Flow auch teilweise. Ja, und das fand ich dann ein bisschen anstrengend, aber die Nummer ist jetzt bei mir auf jeden Fall leh ich. Ja, das muss man halt, man muss man manchmal die Kirche im Dorf lassen, also es ist ja am Ende des Tages eh nur eine Meinung, was ich jetzt hier sage, aber ich finde bei dem Song muss man ganz klar trennen, Inhalt und musikalisch, was da passiert. Weil es ist natürlich halt krass, dass er halt mit so einer großen Community den Schritt wagt, seine Story auf musikalischer Ebene so zu erzählen. Das ist ja sehr ein Striptease so. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall Respekt dafür, aber wenn man halt das Ganze halt musikalisch bewertet, muss ich halt gemessen an meinem Geschmack und an meinem musikalischen Wissen und so weiß, was man sich angeeignet hat, merkt man halt ihm schon an, dass er halt kein Rapper-Rapper ist. Der probiert sich halt gerade aus und es klingt halt noch nicht gut, finde ich. Also er flowt komisch, die Stimme wirkt halt so, wie du sagst, wie wenn er in seinen Videos redet und versucht gerade zu rappen, aber so wirklich ernst nehmen kann ich es nicht. Deswegen war ich dann auch spätestens bei der Hook draußen, wo es halt ins harte, harte, überharte Autotune reingeht, so weißt du, dieses Gurgel, ich gurgel Benzin, Roboter-mäßige. Deswegen war ich da komplett raus. Also ich muss da ganz klar Lech geben. Ganz klar Lech geben. Und ich muss da auch an der Stelle sagen, der war ja auch immer so ein Verfechter davon, die KMN-Truppe immer so runter zu machen und zu drücken und zu sagen, ah, die KMN-Skis singen und dies, das und so. Dafür hat er aber auch schon heftig Hardcore-Autotune gerade gemacht. Muss man auch an der Stelle sein. Aber auf jeden Fall muss ich, es ist Lech. Würde ich mir niemals anhören. Aber ich war halt überrascht in den Kommentaren, Alter, die sind überpositiv. Und da wird halt drüber gesprochen, dass er besser rappt als so manch anderer Rapper und so. Also bei seiner Community funktioniert er, also wird das Ding auch wahrscheinlich charten. Weil ich glaube, klicktechnisch hat er ganz weit oben mitgespielt und war sogar in den Trends, auf Platz 1, glaube ich, in den Trends. Wow, ja, aber ich sag ja, das liegt an seiner Community und ich kann mir mal vorstellen, dass er dann halt feiert und wenn er so einen Track macht, wo er über sein Leben oder so Storytelling macht, dann wird das halt richtig ernst genommen. Und deswegen denke ich dann, ja, alles klar. Ist dann wahrscheinlich auch Marketingtechnisch sehr schlau gemacht, mit der ersten Single auch gleich ein persönliches Ding anzusprechen, wo du natürlich, wenn jemand dich angreift sofort, der Angreifer halt schlecht dasteht. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber lass mal jetzt mal Skibbidi-Skip machen zu Blockmonster und Freisein. Möchtest du dich von der Single direkt befreien oder hast du noch viel zu sagen? Weil Blockmonster ist halt nicht mein Ding, so deswegen. Ja, ist auch wirklich nicht mein Ding, Alter. Ich feiere das alles ein. Das fängt schon an mit der Stimme, Alter. Da klinge ich schon raus, Alter. Das ist zu mir extrem, nicht mal Tony Dean-mäßig, keine Ahnung, aber das ist ja nicht mal seine Stimme, wie er, jetzt im Gegensatz zu Moist, wenn er Stimme wie spricht, da übertreibt er einfach nicht. Ja, das ist halt dieses, ich will jetzt so rappen. Also das ist so dieses, Rapperstimme, ich komme mit dem Brüll gemessen. Also, ja. Ja, das ist zu krass, Alter. Übertrieben, Alter. Und ich finde die auch so zum Rappen nicht schön. Okay, wenn du so einer bist, der auch, ja, im Interview dann auch so redest, ja, und dann rappst du ja, kann man nichts. Aber man weiß einfach, weil ich habe jetzt letztes Interview gesehen, hier, nicht Interview, ich sage, hier, Podcast mit Dings, Boogie, ja, habe ich gesehen, da war er da zu Gast. Ja, ja, ja. Das ist ganz, ganz anders, Alter. Und dann hörst du dann mal, Jungs wollen frei sein. Und dann, ja, das ist wie zu krass. Und der Track an sich auch jetzt, Bock nicht. Ich habe das Video auch sogar gesehen. Ach, hatten Sie, das habe ich nicht gesehen, ey. Boah, so waren die, glaube ich, im Urlaub, ich weiß auch nicht, wo jetzt. Und, sehr komisch, ist einfach so selbst gedreht, einfach die Kamera in der Hand, wo die dann auf diesen Jets, Dings, Selfie-Videos, ja, ja, Jets. Ja, und dann so. Hey, das passt doch, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein Urlaubsvideo wird bei dem Track, so, weißt du, das passt eigentlich nicht. Keine Ahnung, ballert auf jeden Fall die Kombo nicht, die Stimme nicht und, ja, der Beat war auch jetzt für mich nichts Besonderes. Und wenn wir jetzt schon da sind, kann ich auch sagen, dass das der Track für mich war, ein Lash of the Week. Ja. Ah, ja. Lash of the Week weiß ich nicht, aber es ist halt voll nicht mein, ich habe das bei ihm dann voll das Gefühl, ich kann das überhaupt nicht bewerten, weil es wird schon seinen Grund haben, warum der seine Fangemeinschaft über die Jahre aufgebaut hat. Und ich stelle mir das vor, das ist so wie, wir sind Rockhörer, und dann gibt es halt im Rock noch diese Sparte, wo die so singen, die so, weißt du so, das ist dann halt die Rap-Sparte und die spricht mich halt null an, deswegen, keine Ahnung, ich sage Lash, lasse ich das Lash of the Week weg, weil es einfach überhaupt nicht mein Bier ist und ich das Gefühl habe, keine Ahnung, ich weiß nicht. Gehen wir mal weiter zu Luciano mit Yeah, 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 Motherfucker, Motherfucker, muss man sagen, McDuke hat wieder abgerissen, gutes Video gemacht, aber, keine Ahnung, Luciano ist ein bisschen, obwohl der Song schon seinen eigenen Vibe hat, mit der Hook und der Beat und so, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie die Schnauze voll von ihm. Ich feiere nicht so. Ich feiere das jetzt auch nicht so krass, der Beat ist geil und klar, wenn du jetzt so einer bist, der den jetzt nicht so lange auf dem Schirm hat, denkst du dir, boah, was für eine Nummer, ist schon geil, so dieses Flix, Flix und das geht, das nimmt dich schon mit so, ne, Wave, ne, das, ich catch, also das pack dich schon so, ne, so, aber, ich fand's jetzt, der Aufbau auch immer gleich, textmäßig, oh, jetzt nichts Besonderes. alle Wörter auch immer, Flix, ja, Nico, der, der, sogar ein softes, ja, 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 ein softes, ja, habe ich auch gemerkt, so, aber mehr als ein Okay kann ich da nicht gehen, ey, das ist auch wieder so ein Okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, Luciano hat sehr, sehr schwere Karten, bei mir noch ein Fresh zu kriegen, weil es einfach immer das Gleiche ist. Boah, das ist schon, der hat, ja, der hat krass gestartet, am Anfang so, in seiner Karriere da, wo ich dachte, so Junge, wer kommt da neu mit so einem Flow, dies, das, aber das ist jetzt immer so gleich geblieben und deswegen keine Veränderung und textmäßig jetzt auch so schwach, in dem Sinne, dass er nichts Neues bringt mit seinen Wortschatz und ja, die Beats sind halt immer, die sind einfach so lastig, dass du dann immer mitgehst. Mit Vibes, mit Vibes, das ist schon krass und halt seine Stimme ist krass, ne? Pöke Zimmer noch, ja man. Wenn du jetzt die letzten zwei Stimmen jetzt mit ihm vergleichst, so Mois, Blockmonster, da kommt Luciano, dann merkst du sofort halt that heftige Rapper Stimme, Alter. Eben, ja. Ja. Ja genau, wenn du jemandem die drei Sachen vorspielst und der Typ hat so gut wie kein Hip-Hop gehört, der wird sagen, Luciano ist der Rapper, weißt du so. Ja, das ist krasser Rapper so, aber ich kann, ne, wie gesagt, nicht über ein Okay gehen, Alter. Ja, ich auch nicht, ich gehe, okay, 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 Olexesh mit 9mm Bang, ich hab richtig, Alter, gar keinen Bock auf das Olexesh-Album. Also jetzt weiß man spätestens, das Album wird Pop des Grauen sein, weil ich hab den Teaser gesehen vom Kusa Wars-Track bei Insta, hast du mir geschickt, Ja, genau, das wollte ich schon sagen, ist so, ey, Kusa Wars ist auf dem, oder? Der war auch Afro-Trap, ich denk so, okay, macht Olexesh radioaktiv einfach so als Album, nicht als Bonus-Album und zieht durch und vor allem die Begründung beim Leon-Love-Lock-Interview geht mir mal noch nicht aus dem Kopf, einfach dieses von außen, Oh, es funktioniert Popmusik, ich mach weiter. Ekelhaft. Aber ja, das ist die Single, ich sag Lech. Obwohl die Nummer nicht so Lech ist, aber einfach dieses, ich hab keinen Bock drauf. Ja, bei mir ist es ein okay noch, bei mir ist es noch ein cool okay. Klar hab ich auch keinen Bock jetzt die ganze Zeit jetzt poplastige Singles zu hören oder sowas, das Album wird sowieso komplett poplastig, man wird sich das auf jeden Fall so geben und ich kann mir auch jetzt vorstellen, dass das ganze Album halt nicht besser als ein solide wegkommt, also okay wegkommt und der Track ist auch jetzt bei mir so okay, er kriegt das ja eigentlich auch gut hin, so diese poplastigen Nummern, aber was soll ich jetzt machen, was soll ich sagen? Das ist so, ja, ist ja für mich nicht schlecht, hä? Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, aber vor allem bei der Nummer dachte ich mir so, nee, keinem Nerv, weil ich hab keinen Bock darauf, gerade von Olex, sag ich die Nummern und dann ist mir auch noch aufgefallen, der Beat klingt voll oder hat den ähnliche Vibes wie hier, Luciano, Ballin, ich find die 808 kleidet genauso und so, das ist voll am Ballin mäßig gewesen, aber komm, nein, 9mm bang, weg damit, und mal gucken, ob auf dem Album doch noch der ein oder andere Brecher sein wird. Gehen wir mal die Doppelsingle von Manuel sind durch, wir haben einmal das Intro, besprechen wir das mal als erstes, das MB-Eis-Intro, wo er die Harmonien am Anfang direkt von der Pate raus hämmert, was sagst du zum Intro? Ja, doch, 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 ich fand's nice, Alter, ich fand's richtig nice, Intro war auf jeden Fall chillig, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, der Beat war geil und witzig wie er da, auch geil, also, ich hab auf jeden Fall jetzt schon Bock bekommen auf das Album, ich fand's auf jeden Fall sehr chillig und ich bleib auch dabei, dass er wirklich so locker vor das Mic geht, also, dass das sich so fresh anhört. Es ist unfassbar. Ja, und ich bleib auch, also, das Intro ist auf jeden Fall bei mir sehr fresh. Ja, einfach der, aber auch vor allem der Beat und vor allem auch in Kombination mit dem Song darauf merkt man halt, dass das halt beattechnisch auch jetzt wieder eher in diese traditionelle Manuelsen-Richtung geht und er jetzt auch im Gesang das Autotune weglässt. Ich glaube, im Intro, wo er dieses Gott der Pate-Ding macht, ist, glaube ich, ein bisschen Autotune drin, aber sonst nicht und die Parts ballern halt, ne, und dann, wenn du halt gesagt kriegst, dass der Typ ins Studio geht und die Songs noch nicht mal aufschreibt, so, weißt du, der geht einfach vor das Mikro. Das ist schon halt so ein Profi einfach, ne, also Intro, safe fresh, wenn wir jetzt weitergehen zu Könige im Schatten, auch geil, ne, vor allem die Parts, wie er da durchbrettert, übertrieben heftig und ein paar Zeilen auch gehabt, die Bezug auf Animus haben hätten können, ne, wo er meint, fuck mich ab und du nimmst im Sofa Platz wie Tony Soprano. Heißkalt, ne? Normal, weiß man safe, wie er da meint und auch das, hat er gut gedreht von Azad, wo er meinte, ihr seid Könige im Ratten, äh, Könige im Ratten, ja, da hat er gesagt, Deutschrap ist ein Drecksort oder sowas, so, weißt du, ich bin Könige der Ratten, das ist deswegen geil gemacht, so, weißt du, ich freue mich aufs Album, obwohl ich das Cover Lech finde. Was sagst du zum Cover? Ich habe ja eine Abstimmung gemacht. Ja, ich glaube, ich habe da Abstimmung gehabt, ich habe glaube ich dann auch Fresh gemacht, weil ich einfach dieses Mortal Kombat Sub-Zero da natürlich fand. auch wieder, okay, das hat schon dieses, aber das Problem beim Manuelsen-Cover ist einfach immer, die Farbstimmung ist immer sehr ungünstig und es ist immer viel zu überladen, das ist einfach zu unruhig, das Bild, finde ich. Da hast du so viele Dinge drin, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst, da hat er das an, da ist das Schnee, da ist dies, das Krimskrams, ich habe ja auch eine Abstimmung zum Cover gemacht, ich glaube, das war 58 Prozent, da mit ein Okay noch, machen wir mal öfter jetzt die Tage und Wochen, ein paar Abstimmungen auch zu Album-Cover und zu sonstigen Sachen auch noch, deswegen immer schön auf Insta folgen, aber ich würde beide Singles mit einem Fresh versehen, geile Beats vor allem auch, ich habe richtig Bock auf MBIs. Ja, die Beats sind krank, krank. Krank. Aber König im Schatten, glaube ich, da kann ich auch jetzt schon mal sagen, ich glaube, Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen, weil die Woche war, wenn man sich jetzt alles nur mal anguckt, war die Woche jetzt nicht so überragend und ich kann mir auch vorstellen, dass das so auswertungstechnisch auch wieder sehr rot sein wird, mal gucken, morgen erfahrt ihr weiteres dazu, nee, nächste Woche wäre das, ich bin durcheinander. Mir ist an der Stelle jetzt noch mal eingefallen, wir haben letzte Woche Dingens vergessen, Bones MC und Raf mit Karneval. Ja, Mann, stimmt, 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 stimmt. Können wir ja jetzt hier nachholen, Karneval von Bones MC und Raf Camorra, die haben da auf jeden Fall, die haben da auf jeden Fall jeden Wodka rausgebracht, Karneval und dazu halt gleich auch dazu, Alter, wie oft habe ich dazu gesagt, den Soundtrack beigesteuert. Karneval ist auch der Titel, auf der Tour wurde das Video gedreht, Schau, Cassado hat wieder ein paar Computereffekte eingefügt, dies, das, Krims, Krams. Gesamtpaket soll groß wirken und ist es auch ein großes Endprodukt deiner Weihmacht. Schwer zu sagen, also das Einzige, also was ich dazu sagen kann, dass es wieder halt am Anfang so ein Sample gab von so einem Track von alten Zeiten, das machen die ja sehr gerne und ja, man weiß einfach, welche Schiene die wieder damit gemacht haben, wieder so Palmen aus Plastik-Wipes halt, ne? Ja. Das, ja, und dann das Dritte ist halt, ja, ist das jetzt wieder ein Hit oder nicht? Ich hab's jetzt, so empfunden, dass die das machen können, das sind so diejenigen, die das auch bringen können, so, ne? So Tracks zu bringen, also die können das bringen, die hört sich auch nice an, aber irgendwann glaube ich, also ich glaube, wenn die jetzt ein Palmen aus Plastik-3-Teil rausbringen sollten und die dann halt auch nicht stehen und dann ist das wirklich auch von mir aus auch so der letzte Teil und Abschluss auch das, die danach auch aufhören sollten, so diese Hits so zu machen, weil ich glaube, bei mir ist das fast langsam, langsam voll. Man hat das bei der Nummer, bei der Nummer hat man das voll gemerkt. Ja. Überleg mal, da kommt ein neuer Song von Raph Kammerer und Bones MC raus, mit Video und als ich das geguckt hab, war es einfach so, ich hab das einfach geguckt und dachte mir so, ah, okay, ja. Ja, ja, ja. So, weißt du, und das darf eigentlich nicht sein und daran gemessen muss man eigentlich merken, dass der Zug irgendwie doch schon ein bisschen abgefahren ist, also der Beat, auch wie raff durch den Part geht und so, das ist alles so schon einstudiert und so safe haben sie alles drauf, dass das alles auch bei mir am Ende des Tages gar nichts mehr, also gar keinen Reiz mehr hat. Das ist maximal okay, weil die halt alles gut machen können, auch im Outro dann, das ist wie das Aui Maui, Aui Maui, so, weißt du, das sind halt so die Sachen, die die halt alle machen, aber ich hab's halt irgendwie zu oft vorgetragen bekommen, zwei Alben, ich hoffe, bei Teil 3 probieren die noch andere Sachen aus, falls es dazu kommen sollte, weil das Paket irgendwie, das wird mich nicht abholen, glaube ich. Wenn das Teil 3 auch in zwei Jahren nochmal genauso kommt, ich glaub, ich werd da, glaube ich, nicht mehr so einen Spaß mit haben. Ja, weil eins war krass, zwei, weil jetzt auch, krass haben die nochmal geschafft, boah, krass. Ja, aber bei zwei hab ich schon nicht mehr das so rauf und runter gepumpt wie bei eins, das hab ich selber jetzt gemerkt. Jetzt kam nach einer kurzen Pause, wie man das so sagen kann, nach der Tour und so, oder die machen ja, glaube ich, sogar Wiederholungstour, glaube ich, oder weiß was ich, aber. Ja, Zusatzschuss, ja. Und nach der Tour hab ich jetzt auch jetzt nicht so das Verlangen gehabt, boah, wann kommt jetzt wieder so ein Track von denen, so, weil ich bin schon sozusagen satt davon, ne? Kann jetzt, die können jetzt mit den Tracks so zwei Jahre oder so wegbleiben, so. Und dann würde ich dann wieder denken, so, okay, kann wieder was kommen, aber. Kann, aber guck, wir haben das sogar jetzt vergessen, letzte Woche. das ist schon so ein Zeichen, Alter. Das ist schon so ein Zeichen, dass man das so jetzt nicht irgendwie vermisst hat oder beziehungsweise, dass man das so im Kopf drin hatte, wo man dachte so, ey, diese Single muss man auf jeden Fall besprechen. Ist so, ist so. Guck, einfach von uns weggang und jetzt, oh, Nachtrag, so, wir müssen das nachträglich noch besprechen. bei mir ist es auch viel, die sind fresh, machen das gut, aber weil ich jetzt satt davon bin und ist das jetzt bei mir wirklich eine okay Tendenz zu fresh. ich sag auch okay und ich glaube auch, das wird auch so ausgehen beim Voting. Kann ich mir vorstellen. Ja, bin ich mal gespannt. Dass es auch so ein Mittelling wird. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vodka noch nicht getrunken, vielleicht ist der wenigstens fresh. Ja, Mann, soll irgendwie 30 Euro kosten, ein halber Liter oder so. Ja, ich weiß nicht, oder vielleicht, ich glaube sogar 20, 18 Euro, 20 Euro, ein halber Liter, irgendwie so, sofort ausverkauft gewesen, 20 Stück, ne? Ui. 20.000 Stück. Ach so, 20 Stück. 20.000 Stück. Einmal beim Späti, Alter, leergekauft. Ja, Ja, okay, dann wollen wir mal gucken, wie die Auswertungen ausgehen. An dieser Stelle gehen wir natürlich rüber zum besten Newcomer meines Lebens und wir haben für diese Ausgabe zwei rausgepickt. Ich glaube, Taka, du hast die noch nicht reingezogen, deswegen werde ich die hier einfach mal vorstellen und mal kurz mein Feedback dazu geben und in nächster Woche schauen wir uns mal die Ergebnisse an und gucken mal, wie das Ganze bei der besten Community anschaut. Ersten Kandidaten sind Back to Present mit dem Song Arizona. Das war ein richtig, richtig nice, weibiger Song von einer Dreiertruppe, von der ich gerne auch mehr gehört hätte. Die haben mir leider auch nur eine E-Mail dagelassen mit dem Link und der Ansprache, dass sie sich über Feedback freuen würden. Da hätten mich ein paar Facts noch irgendwie, hätten mich da noch interessiert, weil das ist irgendwie eine Truppe, da interessiert mich auch die Geschichte und vor allem sind die auch aktuell noch in sehr, sehr kleinen Rahmen. Also Back to Present sind mit ihrem Song Arizona aktuell bei 1650 Klicks auf YouTube. Der Song ist vom 28.07.2019 und hat 169 Daumen hoch und null Daumen runter und das kann ich nachvollziehen. Also, dass sie da auch wahrscheinlich ihre Community sehr gut bespielen und so weiter und ich finde das auch als Videopaket schon sehr, sehr weit und schon professionell. Also, das ist schon nicht mehr so der Fall, so nach dem Motto, okay, die müssen sich vor den Großen verstecken. Ich glaube, die spielen da schon gut mit und also ich habe sie direkt ernst genommen und den Song auch als sehr solide beziehungsweise sogar fresh. Ich würde den Song sogar fresh bewerten, weil die Hook habe ich einmal gehört und die ging nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen alles erfolgreich. Daumen hoch, ich bin gespannt, was die beste Community dazu sagt und lasst doch gerne einen Kommentar auf dem Video da und lasst den Leuten wissen, dass sie hier aufgetreten sind und so, ne? Ja. Ihr wisst Bescheid. Den nächsten Kandidaten hatten wir Domino mit Ja, der hatte auch in die E-Mail geschrieben, dass er mit dir geschrieben hatte. Aha, ja. Der hatte noch einen Song rausgeschickt und noch ein paar Facts dagelassen. Er ist 30 Jahre alt, kommt aus Wuppertal und macht den Scheiß schon ewig, hat er geschrieben. Seinen Song Ja fand ich überaus sympathisch. Also, das ist wirklich so die Trap-Richtung, die, ich weiß nicht, weiß nicht, wie heißen diese ganzen lustigen Trap-Leute drüben? Die halt so meme-mäßige Musik machen. Finde ich sehr, sehr nice und vor allem auch Videotechnik sehr gut aufgearbeitet und unterhaltsam gemacht. Deswegen auch jetzt hier in dieser Rubrik drauf oder drin zieht es euch rein. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagt. Meiner Meinung nach auch so ein weiterer Kandidat, den ich da mit einem Fresh bewerten würde. Also, ab jetzt unten in der Beschreibung abchecken, draufklicken, reinziehen und in den nächsten Tagen dann bewerten, wenn es heißt, der beste Newcomer steht zum Voting da in der Story von Teddy. Jetzt müssen wir nochmal flotten Switch hier rüber machen zu den Releases. Die haben einen Hauf-Releases, die im Schnelldurchlauf mal durchfrühstücken, weil es gibt da aber auch einige Projekte, die sich auch so schnell abfrühstücken lassen, weil sie auch eben so lang sind. Deswegen lass uns doch einfach mit dem ersten Release starten, Nash mit dem AP1-Album, wo wir gefühlt schon alle Songs eh schon im Single-Block hatten, weil wir haben insgesamt sechs Tracks und drei, ne, vier davon kannten wir schon vorher, einen davon in einer anderen Form, Tag, hattest du Spaß mit der EP oder wie ist das bei dir aus, 17 Minuten, sechs Tracks, zwei Features, Nash, KMN Gang, Autotune, Handschellen, Kokain im Kofferraum, erzähl mal. Ganz easy, Alter, auf jeden Fall fand ich auf jeden Fall positiv, dass Nash erstmal eine EP rausbringt, weil ich das Gefühl habe, auf Albumlänge wird das nichts. Das kann man schon mal vorweg sagen. Das andere Ding ist, ich glaube, die beste Single in der EP war für mich Classic. Das hatte ich irgendwie mich noch so gepackt, aber sonst fand ich jetzt nichts Besonderes aus der EP. Ich glaube, im Ohr bleibt noch die Hook von Dings, glaube ich, im Kopf, hier von AZ, dieses Das ist noch mir so im Kopf geblieben, aber sonst war die EP einfach nur einmal durchhören und dann zack, weg ist sie wieder. Also ich hatte gar keinen Bock auf die EP und auch beim Durchhören dachte ich mir so, ach, muss nicht sein. Ich kann da nicht viel zu sagen, weil man hat die Singles davor schon gehört und auf der EP wurde man jetzt nicht überrascht, deswegen ist halt ein klares Lech für mich. Sechs Tracks von Nash in dem Ton und keine Ahnung. Vor allem ist auch auf den Tracks, sechs Tracks sind mir auch viel zu viele Parallelen zu den Songs. Warum hat er da nicht wenigstens sechs unterschiedliche Dinger gemacht? Hat doch alles irgendwie die gleiche Stimmung und Crackcooks Peace Unternehmen kommt auch noch mit einem Remix mit Zuna. Ist ja schön nun gut, dass sie so, also ich kenne keinen deutschen Rapper, der noch Remixe macht, außer KMN Gang, weil die haben das schon öfter gemacht. Muss man den schon lassen, aber ich habe den jetzt auch nicht verstanden, warum jetzt hier, keine Ahnung, ich fand es einfach Lech. AP1 Lech. AP1 ist Lech. Ist auf jeden Fall auch für mich Lech. Nur Classic irgendwie hat der Track irgendwas gehabt, fand ich irgendwie. Aber das ist so Lech. Hast du Nasa Schwarzer Schleier-IP gehört? Ja, Schwarzer Schleier-IP habe ich einmal mir gegeben. Sieben Tracks, ja. Also haben wir doch hier die Singles im Vorfeld gehabt, die in einem Release kulminiert. Kulminiert, sagt man das? Ich weiß nicht, ich wollte hier ein bisschen mit Synonym rumflexen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist hier dieses Projekt da, ich habe es mir reingezogen und ich war ehrlich gesagt ein bisschen positiv überrascht, weil ich auf der Single-Seite irgendwie nicht so viel positiv empfunden habe, als dann, wo ich das in ganzer Länge gehört habe. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der hat die falschen Singles ausgekoppelt. Ja, ich hatte auf jeden Fall auch ein positives Gefühl. Ich fand irgendwie das Intro, also der Einstieg von der EP fand ich richtig nice. Ja, bald. Und dann als Faktab auch kam so der Übergang fand ich auch richtig nice. Also ich hatte eigentlich zu dem Ganzen so, zu der EP eigentlich nichts Schlechtes zu sagen, außer dass ich halt er und Brudi irgendwie nicht so berauschend fand. Ach, Brudi fand's nicht berauschend? Ich fand Brudi irgendwie, der Beat fand ich gut, aber ich fand den Part von Sido irgendwie nicht so. Ich fand den richtig lustig, weil das war so wieder dieser Sido so, ich mach voll die billigen Reime. Aber was machst du jetzt, Brudi? Das hat voll zum Beat gepasst. Ja, ich weiß nicht. Den Azars-Part fand ich geil, aber ich fand irgendwie Sidos-Part irgendwie nicht so. Ich fand Brudi einfach nach jedem Dings immer Brudi, Brudi, Brudi fand ich irgendwie ein bisschen Film. Brudi. Das Ding ist auch so, irgendwas war da eine Zeile, da wo ich mir dachte, ja, nennst du mich Brudi, nenne ich dich auch Brudi. Da hab ich mir gesagt, okay, da bin ich dann schon mal raus. So, ne, weißt du, da hatten wir ja schon mal diese Thematik. Brudi. Und es ist Klassik. Na, Spaß auch viel. Aber trotzdem, die EP an sich fand ich trotzdem nice, Alter, und ich geb der EP dann fresh, weil das Album war mir so, das letzte Album von Nazar kam mir nicht so positiv rüber wie die EP, obwohl das Album länger war und ich stand da einfach in der EP so, boah, das ist ja der Nazar, den ich immer gefeiert habe. Und deswegen fand ich das dann auf jeden Fall fresh. Ja, ich fand, ja, ich glaub, ich geh ein bisschen zu weit, wenn ich der EP in fresh aufdrücke, weil ich finde, für sieben Tracks sind das, weißt du, ich weiß nicht, wenn man sieben, wenn man ein sieben-Track-Projekt macht, erwarte ich schon, dass das sieben harte Dinger sind und dafür ist das Niveau der sieben-Tracks noch nicht so übertrieben, das ist ein gutes, solides Paket, so, weißt du, deswegen würde ich da okay, tendenz so fresh sagen, gut gewählte Features eigentlich auch, vor allem TZ, war eine Überraschung, dass der überhaupt noch seinen Weg auf irgendein Deutschrap-Album findet, freut mich immer wieder, ähm, ich find's gut, okay, tendenz so fresh würde ich dann sagen. Okay, tendenz so fresh. Galonero mit der 471-EP, kam überraschend spät, weil als ich die EP angefangen hab zu hören, hab ich gemerkt, die Singles kennen wir alle schon, beziehungsweise die Songs, da gab's nur ein paar Überraschungen und dafür ist die, also gefühlt, ein bisschen spät gekommen, aber, äh, ich fand, dass die EP auch ein paar Überraschungen hatte, zum Beispiel, dass er da auch ein paar Mal gerappt hat einfach, weil ich dachte, das wäre ein reiner Sänger, aber, ähm, abgemischt war die auch auffällig komisch, ein paar Ecken, aber im Insgesamt ein positives Gefühl, wie sieht's bei dir aus? Ja, ja, äh, hat auf jeden Fall, äh, seinen eigenen Style und sehr, dings, äh, hohen Wiedererkennungswert. Ja, Huhn, Alter. Wie wieder? Wegen dem Huhn, Nein. Nicht nur wegen dem Huhn, aber, äh, ja, aber ich denke mal, dass er es schwer hat in dem Rap-Business, in dem Sinne, dass er, glaube ich, sehr stark Hater hat und sehr stark nur welche, die den feiern und, ähm, bei mir ist das halt auf jeden Fall so, dass ich den auf jeden Fall feiere, in dem Sinne, dass er schon richtig raussteht und das ist was Besonderes, was er macht, finde ich. Und, äh, ich fand's ja, die EP jetzt nicht schlecht, das Cover auch witzig mit dem schwarzen Huhn, Markenzeichen Huhn als Stand Rabe und, äh, ja, Gallo Nero bin ich mal gespannt, wenn er ein Album rausbringt, wie das dann wird. Also, EP fand ich jetzt fresh so, war jetzt nicht schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, bin mal gespannt, wenn er ein Album rausbringt, wie das dann so wird, wenn man dann 12, 14, 15 Tracks irgendwie von ihm dann so hört, dann bin ich mal gespannt, wie das dann auf einen wirkt, weil das könnte sein, dass du dann vielleicht nach dem siebten Track und wenn das sich jetzt, jetzt nicht so stark ändert, äh, in den, ähm, in den Aufbau von den Tracks, wenn er jetzt nicht so viel rappt und immerhin halt seine R&B-Schiene fährt, dass es dann vielleicht ein bisschen langweilig wird nach dem siebten Track, würde ich sagen. Mal gucken. Mal gucken. Also für das Projekt würde ich erstmal auch ein Fresh sagen, einfach weil es so frisch und anders ist und er seine Linie gut fährt, Soundprobleme hat es, also ich finde schon, dass es ein paar Ecken ein bisschen komisch gemischt ist, aber trotzdem, es ist vielversprechend. Ich bin gespannt, wie du auch, wie das auf Albumlänge aussieht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das richtig gut werden könnte, weil er bei Ruhrpott zum Beispiel ja auch gerappt hat, was nicht so schlecht geklungen hat und so, weil er klang da wirklich so wie eine andere Person auf einmal, wenn er diese Rap-Stimme hat. Also kann er sich quasi auch selbst featuren, so mäßig. Wenn er halt so ein interessantes Album aufbaut, was dann auch in der Gesamtheit vielleicht so atmosphärisch ist wie 4-7-1, weil ich habe das Gefühl, so klingt er am besten, wenn das so dieses düstere, dieses mäßige ist. Wir waren ja auch bei Per Dono so die Stimmung, deswegen, ich glaube, das wird gut so. Also erstmal so gutes Ding abgeliefert, fresh an der Stelle. Mal schauen, was als nächstes von ihm an den Start kommt. Gehen wir weiter zu Dardan mit seinem Sorry-Album, Sorry-Mixtape oder Sorry, keine Ahnung. Ey, schwörst ihr, meine Gott, ey, ja. Ey, meine Gott, ey. Ich schwörst ihr, Sorry ist aber auch ein gut gewählter Titel, weil gegebenenfalls wollte er sich direkt auch schon im Titel für sein Projekt entschuldigen. Nein, Spaß. Aber ich, ohne Witz, das Album war echt ein Rätsel, weil ich denke mir auch so, ey, da, dann war doch eigentlich immer dieser, äh, Mr. Dirty, aber da, 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 das könnte, das hätte sogar Dieter Bohlen schreiben können, das Album. Also, weißt du, so von den Vibes und so, das ist voll das Popalbum. Was sagst du? Ja, ist safe, Popalbum, safe. Und, ganz ehrlich, das ist, weiß ich es nicht, Alter. Ich hab das erste Album, Handy gefunden. Auf jeden Fall, das erste Album hab ich glaube ich sogar gefeiert, wenn ich da mich nicht täuschte. Dies Hallo Deutschrap? Ja. Ja, ich glaube, weil als er da so rauskam, so, da hab ich das voll gefeiert, so mit seinem Flexen, seinem Style und wie er da halt rüberkommt, aber, ich weiß nicht, das Album ist jetzt nicht schlecht, aber, es ist auch nicht fresh, das muss ich ehrlich sagen, und ich weiß nicht, das ist so ein Album, du hörst dir das einmal an und dann ist das auch wieder weg. Also, ich hatte irgendwie, also, ich hatte auf jeden Fall Lash-Vibes beim Album, weil ich die ganze Zeit mir dachte, warum das, warum das, dann kommt, bei einem Track sagt er Coco Mama, dann sagt er Mama Coco und weißt du, das ist die ganze Zeit das Gleiche, da hast du Amili, also, du hast eh die Songs, die ich schon zu der Single-Phase nicht gefeiert hab drauf und dann halt die Songs, die alle dazukommen, sind alle auch, die in derselben Klasse spielen und, ich weiß nicht, also, da dann, so will ich mir nicht geben und ich verstehe auch nicht, warum die Buchstaben alle so geschrieben waren bei den Tricks. Ja, ich glaube, das soll dann was Besonderes sein, so was anderes. Weil das hat auch noch nicht mal eine, so, ein Muster, oder? Es sind immer die O's groß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich mochte das Album gar nicht. Also, das ist wirklich ein Lech, weil, what? Also, hier bei Apple Music steht, Deutschlands Trap und Dancehall-Hype bekommt einen neuen Antrieb. Ja, Mann. Ich fand's auch viel zu lang, ne, mit den 18 Tricks. Ja, das ist auf jeden Fall, aber das kommt dir auch sehr lange vor, Alter, sehr lang. Ja, was sagst du denn? Obwohl jetzt die Track-Dings nicht jetzt so, glaube ich, alle so lang sind. Ich kann's jetzt gerade nicht sehen, aber das Ding ist, was wolltest du fragen, was? Was sagst du denn zum Single, die er ja auch am Freitag rausgehauen hat? Bleib it genau so, bleib it genau so. Ich weiß nicht, Alter, das hat irgendwas, Alter, der hat auf jeden Fall was ausprobiert, Alter, ich weiß nicht. Irgendwie ist das mir aber auch im Kopf irgendwie sofort hängen geblieben, irgendwie dieses, dieser Beat und dieses das hat irgendwas so. das ist so dieses Pop-Ding und dieses Oh, 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 das kennt man alles so mäßig und ich weiß nicht, das Feature war auch Katastrophe, also die Dame, die dann am Ende singt, finde ich passt gar nicht und ich finde auch in den Strophen oder in der Bridge dieses Oh, 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 Auch härter kann man jetzt gerade nicht Apache-mäßige Songs machen, also ich fand, das war voll die Apache-Nummer in Schlechter. Ja, ich höre das gerade, aber das ist so ein Lied, das dich so irgendwie packt und dann musst du dich ein bisschen bewegen, oder nicht? Ach, keine Ahnung, ich bewege mich aus dem Club, wenn das gespielt wird. Ah, ja, Ohne Witz, ich feiere gar nicht, also das Album war für mich kacke, tut mir leid, da dann alle Deutschen, aber auch für mich okay, so okay, Tendenz fresh, das ist für mich jetzt, ich habe da keine Lust drauf, das ist wirklich ein Album, wo, wer wurde da überhaupt gefeatured? Mozziek, Patron, okay, der Song mit Bowser und Reezy war nice, aber das war auch viel Vorgabe durch Reezy und Bowser, aber sonst so, ich sage Lesch. Album Lesch, naja, ich kann Lesch Tendenz so okay geben, ich weiß nicht, das Album ist jetzt auch jetzt bei mir jetzt einfach an der Seite weggeräuscht, also ich habe mir das einmal gegeben und ganz ehrlich, ich habe jetzt ein paar Tracks im Kopf, dieses, die man auch schon wusste von der Singles, aber den Rest war jetzt nichts rausstechen, wo ich dann sage, boah, warum hat der nicht das als Single rausgehauen oder so? Ja. Kadal, Kadal, wie war nochmal dein Name? Amiga, nene, Kadal, Kadal, bleib wieder genau so. Oh, jetzt auf einmal die Vibes hier mitsingen. Ich habe ja gerade schon selber gesagt, das ist so ein Lied, sagt, okay, zu dem Track meinst du? Nein, sag, willst du okay geben dem Album oder? Nein, nein, ich habe schon gesagt, Lesch Tendenz okay. Ah, okay, okay, okay. Das habe ich schon gegeben, aber ich meine, dieser Track ist wirklich so ein Track, der dich so packt und dann machst du so, nee, nee, ja, aber Album, ich weiß nicht, ich finde das auch irgendwie problematisch, bei denen irgendwie seine Releases sind immer bei mir so komisch so. Ich verstehe die auch nicht, dann kommen, ja. Ich finde die so komisch, ich weiß nicht, das sind nicht so diese, entweder ist das einfach bei mir, weil ich jetzt nicht auf seine Release warte, oder das ist einfach so dieses, das kommt so raus und dann denke ich mir so, okay, ja, jetzt kommt doch, ich weiß nicht, ich kann es auch irgendwie, weißt du was ich meine? Ja, ich verpasse deine Releases auch immer, weil die so komisch immer rauskommen, dieses da, da, da die Luther King, was rauskam, war irgendwie zwei Teile, kamen dann da eins und zwei, dann da die Box, also ich weiß nicht, ich blick bei ihm auch nicht so durch, Hallo Deutschrap war das Einzige, was ich so richtig mitgekriegt habe, gehört habe und dachte, jo, okay, ist ein gutes Ding, so. Naja. Naja, naja, naja. Gehen wir weiter zum Zero Elmero mit Babyface Flow. Ey, Babyface Flow, Hallo. Ich hatte ein oder andere meinen Insta-Story-Post gesehen und kann daran gemessen schon in etwa realisieren, in welche Richtung es bei mir geht. 13 Tracks von Zero Elmero, Debütalbum Babyface Flow ist der Titel, kein einziges Feature durchgezogen. 36 Minuten, Taka, erzähl mal, was sagst du zu Babyface Flow von Zero Elmero? Ja, also, also der Titel ist auf jeden Fall gerecht, würde ich nur sagen, weil er da ein paar Flows auf jeden Fall ausprobiert, das muss ich ehrlich sagen, weil ich habe jetzt auch das Album jetzt einmal gehört und habe nur herausgefunden, dass er halt für mich besser klingt als Mero. Im Text- und Flow-mäßig finde ich den auf jeden Fall besser als Mero, das muss ich schon mal sagen. Aber auf Albumlänge fand ich das jetzt irgendwie anstrengend. Und das, obwohl es nur 13 Tracks sind und 36 Minuten. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall kein Fan von ihm. Ich finde es nur halt positiv, dass er da wirklich jetzt ein paar Flows ausgesagt hat und ich finde, er macht das auch sauber, das muss ich auch sagen. Aber textmäßig ist er jetzt nicht krass oder stark. Das muss ich sagen. Und Albumlänge fand ich das jetzt halt langweilig und es ist anstrengend und ich würde dann sagen, dass das Album in meinen Ohren jetzt auf jeden Fall Lech rüberkamen. Und ja. Müll. Ich kann dir jetzt auch wirklich jetzt nicht sagen, wo ich jetzt, boah, der Track war jetzt krass. Ja, weil es auch kein, also ich fand gar kein gut. Außer Dings jetzt, weil ich das im Vorfeld schon nicht schlecht fand. Wie war das? Ohne Sinn. Ohne Sinn. Ohne Sinn. Ohne Sinn. Weißt du, das war auch gut, dass die das als erstes Single gemacht haben, aber auf dem Album findet sich gar nichts Gutes irgendwie, abgesehen davon. waren nur so Ansätze, wo man so merkt, okay, er hat, wie du gesagt hast, die Rap-Technik besser drauf als Meadow, wenn es ums Flown geht. Aber das ist, boah, ich fand das so schlimm, wie das Album angefangen hat. Das Intro, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich dachte mir, das geht doch nicht. Du kannst doch ein Album nicht mit so einem Track anfangen. Ich denke mir so, okay, du machst da den Titeltrack an erster Stelle, machen auch nicht so viele, glaube ich. aber hat er halt gemacht so. Nicht viele. Und dann, guck mal, Intros, ich denke immer so, Intro ist mit das Wichtigste beim Album, weil ich denke noch so an die früheren Zeiten, wo man noch in Mediamarkt war, sich eine CD genommen hat und die ersten drei, vier Songs angespielt hat, um zu gucken, ob man die CD kauft. Deswegen, du hast das Intro und das muss ballern. Jetzt stell dir mal die Situation vor, du gehst ins Mediamarkt, weißt nicht, wer hier Zero Emero ist, denkst dir, oh, interessantes Cover, gehst bei Mediamarkt an den Stand, tust die CD rein und machst das Intro an und dann auf einmal, ja, wir rennen vor den Körn, Babyfaceflow, Babyfaceflow, boah, ich schwör's dir, ich hab das nicht geglaubt, das ist unnormal schief. Und ich denke mir auch so, okay, Hatta ist Executive Producer bei dem Ganzen und so weiter und denke mir auch, ey, man hätte den Track mindestens im Album verstecken müssen, aber nicht an erster Stelle, wo du dann die erste Melodie vom Album hörst und der da so schief rumjollt, also, boah, ich fand das Katastrophe, das Album war lech, hat keinen Spaß gemacht, phasenweise komplett falsch, also nicht falsch, aber so schief, komisch abgemischt, dann der eine Track so, der andere so. Ja, das stimmt auch, das hat man gemerkt. Auf einmal klingt anders wie von 2008 auf MySpace, dann ist diese Liebe auch so, oh, oh my God, so ein Dings, Rosenbild, MySpace, Liebes Track, warte mal. Ja, Mann, dieses, kein Hallo, wie geht's, dieser Liebes Track da am Ende, kurz vorm Outro? Dachte ich mir auch so, Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Auf Bravo Hits, Schmuse Songs 5000 oder was? Nein, Babyface Flow, kein Nerv. Ich weiß immer noch nicht, was der Babyface Flow ist, hat er noch nicht mal im Track erklärt, weil im Track sagt er, ja, wir rennen vor den Cops und wiederholt dann zehnmal Babyface Flow. Was ist der Babyface Flow? Ich weiß es nicht. Einfach den Flow, den er macht und er hat ein Babyface, glaube ich, das ist die Erklärung, ja. Ach komm, das war es von mir, das war meine Meinung, Lech, ich glaube, Lech of the Week gebe ich Babyface Flow, das Album. Okay, ich bin ja immer bei den Serien, jetzt gebe ich die Fresh und Lech of the Weeks, aber ja, das Album von denen jetzt, was jetzt rauskam, ich glaube, ich glaube, das war wirklich das schlechteste Release jetzt von den ganzen. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist gut dabei, aber Mero und so, das sind auch Kandidaten, so weißt du, aber das ist, keine Ahnung, Lech und weg damit, lass uns zum letzten Album kommen, Azad mit Alter, ich kriege gerade WhatsApp des Grauens. Ja, ja. Was war das? Guck mal, bei dir ist Apocalypse, bei mir hier, Vibrationsalarm. Ja, Mann, Joey. Hey, machen wir jetzt hier erstmal Azad, der Boss 2, lange, wir haben lang genug gewartet, dass das Album erscheint und da ist es, der Boss 2, verschoben des Grauens wurde es ja, jetzt ist es da, seit Freitag können wir es uns reinziehen, wir haben insgesamt sechs, nee, 15 Songs, Azad, Pure Features von Samra Chaka, Boza Irabi, Jace, Altaville und Cool, Savasch, Cool, Savasch. Der Boss in 43 Minuten, Taka, hattest du deinen Spaß oder warst enttäuscht oder erzähl doch einfach mal deine Eindrücke. Bre, Bra, Bro, nein, Dings, Dings, ich hatte irgendwie Spaß an das Album, klar weiß man, was für eine Schiene, der auf jeden Fall gegangen ist, auf jeden Fall sehr dunkel, das Album aufgebaut, sehr, sehr dunkel, auf jeden Fall gar nichts helles, Beton, richtige Betonblockmucke, ich sitze auf dem Betonthron, Alter, und, äh, ja, das sehr, sehr krass, ich fand aber, ich fand, das Album war geil, Alter, ich fand das irgendwie chillig, ich fand's nice, Oha, ich weiß nicht, ob man das so mitbekommen hat, auf jeden Fall, als wäre ein Wolf hier, ähm, ja, der Boss 2, ganz andere Schiene, als das letzte Album, er ist auf jeden Fall zurück, mit dem Betonrap, es geht ganz von Anfang bis runter, dunkel runter, AZ, AD, textmäßig fand ich die, ähm, Thematik ist, jetzt nicht, äh, warte, ich muss mir ja, kurz, die Playlist nochmal aufmachen, weil, ich wollte damit sagen, Tracklist, man hat jetzt auf, ja, Tracklist, man muss auf jeden Fall, sagen, Pitfight, Kauke, Nene, 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 Dings, äh, er benutzt sehr oft immer dieses Bra, B und so, ne, sehr oft, Ja, den Bra, der ist so, jetzt sind wieder Eier, immer noch am Block, aber miese Eier, ich weiß nicht, Alter, ich muss ehrlich sagen, aber ich hatte, ich habe das Album sogar zweimal gehört und fand daran an, das Album eigentlich nichts schlechtes, ich habe da voll Bock drauf gehabt, auf diese Schiene von AZAD, hatte ich richtig Bock drauf, aber ich muss auch jetzt sagen, dass ich, kein Trick jetzt hatte, wo ich sage, ey, der ist heftig gewesen oder so, ne, Dings fand ich krass, geil, aber das ist jetzt nicht, der Part vom Buzzer, äh, bei C'est la vie, ja, C'est la vie, der war einfach geil, ey, geil, geil, ich muss mal überlegen, ey, weil das Ding ist, ich hatte so komische Vibes, eben wie beim Album, als ich es durchgehört habe, ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass ich, hat man viel gehört von dem Album schon vorher? eigentlich nicht 5, 6 Dinge oder so. Ich glaube, man hat All In gehört, man hat dieser Weg gehört, man hat Eyeside gehört, man hat Hip-Hop gehört, jetzt sind wir, glaube ich, bei 4, ne, das sind 4 Tracks, ist ja noch gesund alles, Schutzengel noch, ey, hallo, Schutzengel noch, 4, 5, 5 Tracks haben wir gehört, Schutzengel, ich glaube, ich weiß das Problem, was ich mit dem Album hatte, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, die Songs sind in sich teilweise auch sehr kurz, Alter, 2,40, 2,30, dies, das, also wirklich dieses 2-Part-Hook-Schema, die ganze Zeit durch und Track 1 bis 15, halt dieses so Standard-Deutsch-Rap-Album-Paket-mäßig, das war mir, glaube ich, ein bisschen zu, ich habe jetzt hier einfach mein Azad-Album für 2019 abgelegt, so, das war halt diese schade Sache, weswegen ich jetzt nicht wirklich so, mir denke, ah, der Boss 2 Azad in 5 Jahren, höre ich mir das nochmal an, das glaube ich nicht, ich glaube, das ist halt ein Album, was sehr solide wegkam, deswegen bin ich halt ein bisschen am kämpfen und am überlegen, ob ich hier nur ein Okay, beim Okay bleibe oder dem Fresh auftrücke, weil es gibt Punkte, wo ich sage, es hätten Fresh verdient, aber eigentlich auch nicht, von daher würde ich, ich glaube, ich tendiere eher zum Okay, weil ich glaube, ich wäre jetzt hier sowieso grundsätzlich anders am Reden, wenn ich richtig begeistert vom Album war, es ist gut, gute Beats, gute Stimmung, Azad macht seine Sache gut, aber es ist jetzt auch nichts überraschendes oder weltbewegendes oder es gibt ja auch nicht großartige Songs, die rausstechen, es ist ein Level, was durchgezogen wird, ne, also es gibt jetzt keinen Song, wo man sagt, das ist mit Abstand der Best, obwohl Eiszeit ist schon ein harter Brecher, Leben in der Eiszeit, kalt der Welt, und dann hat er dann, okay, da vielleicht, aber ich finde, ich würde sagen, okay, Tendent zu Fresh, ich glaube, so hat man es am besten gelöst. Animus! Ich würde auf jeden Fall Fresh geben, ich habe zum Beispiel Nassar EP Fresh gegeben und ich fand auch Azads Album, ist auf jeden Fall auch Fresh, weil ich werde mir das Album auf jeden Fall noch ein paar Mal geben und jetzt bin ich halt auch halt gespannt, was dieses Jahr, ob das in meinen Top Ten Alben auch drin ist, was jetzt so alles rauskommt, weil so viele Alben sind es jetzt bis jetzt nicht dieses Jahr, da wo ich das jetzt so sage, dass das jetzt in den Top Ten drin ist. Ne, eigentlich nicht. Warte, ne, deswegen gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, aber ich gebe dem Album auf jeden Fall ein Fresh. Ich bleibe erstmal beim OK, Tendent zu Fresh, weil ich glaube, mit den Tagen und so wird das absinken und ich glaube, mit dem Fresh würde ich mich nur selber anlügen und in zwei Wochen würde ich mir dann denken, warum hast du so Fresh gesagt? So geil finde ich das doch gar nicht. Deswegen bleibe real, ist ein OK, Tendent zu Fresh, hat ein gutes, solides Paket abgegeben und ich glaube, die Zuhörerschaft von Azad und seine Followerschaft ist voll zufrieden. Gucken wir mal, was nächste Woche so an den Start kommt. Und folgende Releases haben wir auf dem Schirm, ihr könnt uns gerne in den Kommentaren ergänzen, Loredana mit King Laurie, Madness mit OG und Sufjan mit seinem SOS-Album. Ich denke, Sufjan und Loredana sind so die Fälle, die wir direkt im Auge eh hätten, ne, aber was würdest du denn als erstes hören? Sowas schwer zu sagen, weil Loredana war. Ja, wahrscheinlich, weil Loredana wird bestimmt auch so ein 12-Track-Album, alle die da 2 Minuten 50 Pop, einmal Xylophon, Track 1 bis 12 und dann hast du es. Also ich glaube, nächste Woche wird Album technisch nicht so interessant. Ne, für mich auch jetzt nichts, aber ich denke, boah, auf dieses Release habe ich gewartet. Ne, gucken wir mal. Jetzt rufst du an, jetzt rufst du an, jetzt rufst du an. Wie gesagt, gerne unten in den Kommentaren nochmal ergänzen, falls wir was nicht auf dem Schirm hatten. Sowas ja auch mit der Nasa-EP, glaube ich, letztes Jahr, letztes Jahr, letzte Woche. Und deswegen, ey, lass mal jetzt schon einen Cut machen und zum letzten Block kommen, nicht zum letzten, aber zum einer der letzten Blöcke, sagen wir es mal so, der Frageblock und an dieser Stelle natürlich wieder die Motivation raus an euch. Wenn ihr Fragen habt, stellt die doch einfach unten in die Kommentare rein, dann haben wir weitere Fragen für den Frageblock hier. Ich muss sagen, in der letzten Ausgabe war das schön fleißig. Wir haben auch schön die Daumen frisch auf die 100 gebracht und so, deswegen diese Ausgabe auch immer fleißig auf den Daumen draufdrücken und Kommentare schreiben. Ich habe mir viel für das Fragenarchiv zur Seite gelegt und für diese Ausgabe mir vier Fragen rausgesucht, die wir hier beantworten werden. Die erste Frage kommt von Jono Varro und er schreibt folgendes. Wie viele Menschen stimmen circa auf deinem Insta-Profil ab? PS, mein absoluter Lieblings-Podcast seit Folge 1 dabei. Danke dir, Jono Varro. Danke, danke. Ich hatte ja jetzt überlegt, ob ich das überhaupt mache, weil ich finde, das ist halt in der aktuellen Zeit, wird eh zu viel auf Zahlen geguckt und auf Reichweite hier, Reichweite da, inwieweit ich überhaupt die Zahlen öffentlich stelle. Aber ich hau es mal einfach raus, damit ihr auch ein Gefühl dafür kriegt und damit ihr auch vor Augen gefühlt kriegt, dass hier einfach mal mehr Action gemacht werden muss. Also die Zahlen variieren natürlich entsprechend der Songs und Alben sehr stark. Also es gibt Fälle, wo sehr wenig abstimmen, woran man dann auch sehen kann, dass sehr wenige die Projekte gehört haben. Was ich aber auch sehr gut finde, weil man daran gemessen auch immer sieht, es wird nur abgestimmt, wenn auch wirklich was gehört wurde. Aber die Zahlen sind so, also durchschnittlich sind wie immer so zwischen 3 bis 500, die da abstimmen. Es gibt aber auch, wie gesagt, die Fälle, wo halt ein Projekt ist, wo nur 80 Leute abstimmen oder so. Aber es gibt auch schon Fälle oder es gab auch schon Fälle, wo 800 Leute am Start waren. Aber es ist immer noch viel Luft nach oben. Jeder von euch, der das hier hört und immer noch nicht mit dabei ist und in der Insta-Story mitbestimmt, wir brauchen auch deine Meinung, damit die Zahl noch repräsentativer ist und wir diese Zahl noch weiter nach oben treiben. Also ich glaube, so die Spitze aktuell war so 800 Leute, die da abgestimmt haben. Gehen wir weiter zu AZ, der schreibt folgendes. Vorab ein großes Dankeschön für eure ganze Arbeit und eure Mühe. Vielen Dank dafür erstmal. Gut, er weiß es zu schätzen, diese. Nein, Spaß. Nun zu meiner Frage. Habt ihr die ganzen Interviews mit Leon Lovlock auf dem Schirm? Was haltet ihr von ihm als Person und seiner Art und Weise in den Interviews? Ich sehe ihn als Person sehr kritisch, da er meiner Meinung nach weder Ahnung von Hip-Hop hat, noch einen gesunden Menschenverstand besitzt. Er passt seine Meinung jedem Künstler an und widerspricht sich von Interview zu Interview maßlos. Seine Klicks sind deutlich höher als Interviews von normalen Hip-Hop-Kanälen, was meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Würdet ihr sogar so weit gehen und den Künstlern vielleicht auch die Schuld geben, dass sie ihm diese Plattform in dem Hip-Hop-Kosmos gegeben haben? Durch ihre Präsenz? Fragezeichen. Danke für die Frage, AZ. Taka, Frage an dich. Was hältst du von Leon Lovlock und seine Interviews und wie er sie führt? Also erstmal habt ihr die ganzen Interviews mit, also ob ich die ganzen Interviews auf dem Tisch im Schirm habe, habe ich auf jeden Fall nicht. Erstmal das und dann das, wie ich ihn finde. Der hat ja schon ein Recht gehabt mit irgendwie die Interviews, die ich mitbekomme von ihm. Passt er sich wirklich immer meistens den Künstlern an und gibt ihm das, was der Künstler gerne hören will, sozusagen. Also ich habe noch nie gemerkt oder gesehen, dass er da irgendwie einen Widerspruch macht oder irgendwie so etwas sagt, dass ihm was nicht gepasst hat. Oder er gibt einfach, er gibt einfach dem Künstler sozusagen immer nur das Positive wieder, beziehungsweise das, was er haben will, der Künstler, der gegenüber ihm sitzt und keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn der Künstler sagt, ja, dieser Track war so und so und dann sagt er einfach, ja, Mann, ist wirklich so. So, das meine ich. Oder, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch genau die Sache, weswegen ich ab einem gewissen Punkt auch einfach aufgehört habe, seine Interviews zu gucken. Also das ist halt ganz schwierig bei ihm. Ist natürlich jetzt an dieser Stelle auch ganz, nochmal muss man bei ihm auch betonen, weil er halt auch oft in der Öffentlichkeit kritisiert wird und immer alles dann damit sagt, Neid hier, Neid da, immer von oben herab am Reden und sonst was. Das sind halt immer seine Worte, wenn er kritisiert wird. Ey, ich sage hier jetzt einfach nur meine Meinung zu dem, auch als Rap-Hörer vor allem, weil ich halt als Hörer auch eine Entwicklung mitbekommen habe, die ich nicht so geil finde, weil die Rapper ja jetzt, wie er es auch schon angemerkt hat, gar nicht mehr zu den Portalen gehen, sondern eher zu ihm und seine Interviews machen. Dadurch bin ich als Rap-Hörer dazu gezwungen, seine Interviews zu gucken, weil die Rapper ja nirgendwo anders hingehen. Und darüber habe ich jetzt halt das festgestellt, was ich jetzt gleich los sage. Also es ist halt wirklich, wie du sagst, er sagt alles den Rappern nach, so mäßig, ne, halt, er nimmt immer die Meinung seiner, seiner Leute an und über die Interviews verteilt, merkst du auch, wie Sachen sich widersprechen. Und das ist halt das große Problem. Wenn du halt das eine Interview siehst, dann das nächste in der nächsten Woche guckst und merkst, dass er genau da was anderes sagt als vorher. Und er das halt voll hart durchzieht, dass er das jetzt genau meint, letztes Mal aber was ganz anderes meinte. Das ist halt so eine Masche, die ich halt ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr ab konnte. Und ich fand es auch ganz, ganz schlimm, auch wie er teilweise auch offenkundig einfach zugibt, dass er keine Ahnung hat von Sachen und die Rapper da einfach sitzen und sich das geben, weil teilweise weiß er noch nicht mal, wann die Sachen rauskommen, wofür die sich überhaupt zusammengesetzt haben. So weißt du, die kommen da hin, sitzen da, ja, Album kommt, Album, Titel, was, und dann brüstet er sich auch noch damit, dass er sich nicht auf die Interviews vorbereitet. Also ich finde es, ich fände es als Rapper respektlos mir gegenüber, wenn ich mich da hinsetze mit dir zwei Stunden, über mein Projekt rede und du hast eigentlich gar keine Ahnung, wie mein Album heißt. Weißt du, und die Rapper geben sich das einfach aus dem Punkt, weil er denen halt einfach aus dem Mund alles frisst, denen alles zuspricht und die beste Freunde sind. Das ist halt die Entwicklung, die ich meine, die ist voll scheiße. Rapper gehen lieber zu ihm, weil das einfach genauso wie eine Dings ist, wie eine Insta-Story für die. Die machen, drücken auf den Knopf und können sagen, was sie wollen. Bei denen setzen sie sich hin, die sitzen da und können sagen, was sie wollen, weil er halt alles abnickt und so ist das halt. Das ist halt die Scheiße und ich hoffe, die Entwicklung geht wieder dahin, dass Rapper auch mal breiter gefächert auch ihre Interviews führen und nicht sagen, Leon Loflock ist der ultimative Journalist. Hier setzen wir uns hin und hier führen wir unsere Rapper-Gespräche und alle anderen Journalisten sind scheiße und wissen nicht, wie, keine Ahnung, kompliziertes Thema. Darüber kann man auch stundenlang philosophieren, aber bevor das ausartet, ich glaube, wir haben alles beantwortet, was er gesagt hat, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ist ja auch egal. Sei ihm gegönnt, soll er weiter durchziehen. Wenn Rapper, solange er den Zuspruch kriegt von den Rappern und die sich da hinsetzen, macht er ja allem Anschein nach ja die Sachen richtig, die er macht. Gehen wir weiter zur nächsten Frage, rapcheck.de fragt oder schreibt, bin ja gespannt, ob die Frage dran kommt, Manuel Sen hat angekündigt, dass er zu seinem nächsten Album keine Boxen mehr machen wird. Glaubt ihr, dass er nach dem Flop von MB4 keine Boxen macht, damit er, wenn es am Ende auf Platz 50 oder so chartet, sagen kann, dass es wegen der Ferne Boxen ist? Oder seht ihr da einen anderen Grund? Ist Manuel Sen im Jahr 2019 außerhalb von seinen Interviews noch interessant für die Leute? Taka, was sagst du? Für mich ist der auf jeden Fall interessant, aber diese Aussage mit den Boxen ist schon witzig, wenn man so überlegt, könnte das so sein, aber nein, ich denke mal, der macht einen auf Classic, aber wieso keine Box raus und ist auch ein bisschen schade. Man muss keine Box raus, aber ich habe das Gefühl, wenn du jetzt keine Box raus bringst und das jetzt im manuellen Fall kann das wirklich sein, dass er dann wirklich nicht mal in den Top 50 landet. Ich glaube auch, ich glaube, das hat einfach auch mit dem letzten Album zu tun, dass er beim nächsten keine Box machen will oder machen kann. Wahrscheinlich sagt sogar das Label, Kollege, Alter, wir haben keine Boxen weggekriegt, nächstes Mal nicht. Weil er hat ja Boxen gemacht und ist halt so, ich glaube, 47 hat er geschrieben oder so, oder Top 50 gerade noch, sagen wir jetzt mal so. Mit Boxen, das heißt, er hat vielleicht 50 Boxen weggemacht. Film. Ich habe auch mal gesagt so bekommen, mit wie viel Boxen man schon Top 10 gehen kann, dachte ich mir auch so, was? So dreistellig, so 200, 300 Boxen geht teilweise in der schlechten Woche, kann es schon Top 10 gehen. Was hat dann Manuelsen in seiner Woche verkauft an Boxen, um so gerade Top 50 zu sein, weißt du so? Ja, ja. Das verstehe ich gar nicht, deswegen, ich glaube, der hat mit dem letzten Album gar keine Boxen weggemacht und das rechnet sich nicht und deswegen. Aber die letzte Frage ist interessant, ist Manuelsen 2019 überhaupt noch außerhalb von den Interviews interessant für Deutschrap? Weil das ist wirklich eine berechtigte Frage, weil wie kann das sein, dass seine Interviews mehr Klicks haben als seine Musikvideos? Ja, 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 ja. Das verstehe ich echt nicht. Der ist halt so ein Phänomen für viele und viele feiern halt das, was er sagt und wie er es sagt, aber warum klicken die nicht auch mal auf einen Song von ihm, so weißt du? Ja, das ist schade, das ist echt schade. Wie viele immer sagen, der hat bis jetzt immer noch nicht seinen Hack bekommen. Hackbraten. Einfach Hackbraten und dann hat er schon seinen Hack. Gehen wir mal zur letzten Frage, die kommt von T-Rick, T-R-I-Q. Er schreibt, glaubt ihr, Kollegah kann sich einen ehemaligen oder seinen ehemaligen Status wieder zurückgearbeiten? Zum einen, ach, zum einen Image-Technik, aber auch vom Erfolg her. Taka, was sagst du? Monument ist immer noch nicht Gold. King im Vergleich dazu 800-fach Platin gefühlt und ja, wir wissen ja, was alles gerade los ist. Zum Beispiel, Kolle ist jetzt hier letzte Woche vor der Tür von diesem Samariter gewesen und wollte ihn da hauen zum Beispiel. Solche Aktionen sind gerade im Gange. Das Battle zuletzt und so weiter. Kann sich da, Kollegah, noch aus dem Loch kämpfen? Also, ich habe echt ein schlechtes Gefühl bei Kolle, weil das geht irgendwie den Bach runter, Alter, bei denen finde ich, irgendwie habe ich das Gefühl. Ob es jetzt bei den Klickzahlen ist in seinen Videos, ob es das, was er rausbringt, seine Instagram-Seite, alles so, ist irgendwie nicht mehr das, was es mal war, so, Alter. Ich weiß nicht, er hat irgendwie ein schlechtes Bild stehen lassen nach dem Turnier, es ist irgendwie abgesunken. Ja, Turnier war Ausschlag, also, das war der Punkt, wo alles angefangen hat und ab da ist steil nach unten gegangen. Ehrlich, Alter, ich weiß nicht, ich glaube, der war in dieser Position, wo er dachte, egal was da rausbringt, er hat einen Erfolg und ich glaube, jetzt ist das ausgelutscht, Alter. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen so dieses Dings gesehen, da, wo er halt Alpha präsentiert, da, wo dieser eine da gegen den Box hat boxen, das Video, habe ich da letztens nochmal gesehen und da, wo einer so einen Dings gemacht hat, hier im Reaction-Video, ich habe mich totgelacht, da wo er dann sagt, ist das jetzt gerade Kollis ernst, oder ist das jetzt so ein Spaß, was er da macht? Das versteht man echt nicht, der hat das echt ernst gemacht. Ey Leute, ich meine das jetzt ernst, Kollis in einer schwierigen Fahrt und da habe ich auch gemerkt, so Junge, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas passt da nicht, Alter, und wenn man das nicht so anguckt, Alter. Aber auch bei dem Punkt jetzt zum Beispiel, du hast ja auch die News mitbekommen mit diesem Samaritan, in der Story, jetzt zum Beispiel, du hast da einen Künstler, ich kannte den vorher überhaupt nicht, diesen Samaritan, der hatte Beef mit Jigsaw und der hatte nur mit denen die ganze Zeit geführt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Kollega irgendwas gesagt hat, dann hat sich auf einmal Samaritan Kollega zugewendet und angefangen, Sachen zu erzählen. Und jetzt macht auf einmal Kollega Hinterrück solche Aktionen wie vor seiner Tür auflaufen und den ihm wir hauen wollen und solche Sachen. Heißt das jetzt, dass die Sachen, die dieser Samariter sagt, stimmt? Ja, habe ich das Gefühl, warum, weil wenn es nicht stimmen würde oder so, warum machst du dann überhaupt so einen Aufstand? Er hat bestimmt gesagt, so Junge, halt mal dein Maul, Alter, was erzählst du? Oder warum bringst du das raus? Und der denkt sich so, Junge, was willst du mir erzählen, wenn dir das so ist und stimmt? Steht auch dein Mann sozusagen und dann, Junge, du kriegst es auf die Fresse, wenn du dein Maul nicht hältst und der hat auch nicht gehalten und dann ist er vor seine Tür gefahren, so nach dem Motto. So, weil normalerweise einfach ignorieren und laufen lassen. Genau, vor allem als Millionär. Unterschied oder so? und dann noch Millionär, Geld des Graus, der hat, und dieser Samariter hat vielleicht, weiß ich nicht, 50.000 Follower auf Insta, das heißt, das, was er sagt, machen noch nicht mal so weite Wellen, so mäßig nach dem Motto. Deswegen macht es aus meiner Sicht nur Sinn, dass die Sachen, die Samariter ihm vorwirft, alle Stimmen. Ja. Und er hat halt Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass sein Alpha-Lifestyle und so auch vorgegaukelt ist und er eigentlich Kiffer ist und so. Ja, also das sind auch schwere Vorwürfe, vor allem bei dem Image, was er führt und da bröckelt es die ganze Zeit. Ich schwöre es dir, ich weiß nicht, was der getan hat, aber da prügelt einer die ganze Zeit auf den einen irgendwie und der muss da einstecken und ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, ah doch, in dem Zusammenhang wüsste ich, wie er sich da rausretten kann, weil der hätte diese Samariter-Situation für sich ausnutzen können und einfach mit Musik punkten können. Der hätte einfach so RBB-mäßig Lines beziehungsweise einfach Battle-Tracks oder Disstracks gegen diesen Samariter machen können, weil er einfach da Grund hat, neue Disstracks zu machen und das ist halt sein Gebiet, wo er alle mit abholt und vor allem auch seine Fangemeinde direkt auf seiner Seite hat, wenn er Punchlines raushaut. Also das wäre die einzige Lösung, die ich da sehen würde, wenn er anfangen würde, Disstracks zu machen, die geil sind und an die alten Felix, äh, nicht Felix Blume, an die alten, ähm, äh, Latino oder wie hieß er da? Bei RBB, keine Ahnung. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Er ist im Loch, mal gucken, ob er den, ob er sich da noch rauskämpfen kann. Aber ich glaube, es wird sehr schwer. Ja, ich finde auch, wird schwer. Das war's, Junge. Äh. Schreibt Fragen in die Kommentare für die nächste Ausgabe, nicht vergessen, auch den Daumen nach oben zu pushen. Jetzt kommen wir mit, die beste Playlist meines Lebens Lebens für die Leute, die nicht darüber Bescheid wussten. Mein Bruder Taka und ich führen die beste Playlist meines Lebens auf Apple Music und Spotify. Deshalb einfach die Links in der Beschreibung abchecken oder einfach nach der Playlist auf den Portalen suchen. Diese erweitern wir immer um zwei weitere Songs. So tun wir das auch heute. Deshalb gleich die Frage an dich, Taka. Was hast du dir für diese Woche ausgesucht? Ehhh. Ne Mami. Nein, ich war das auf jeden Fall. Cashmo mit dem Track Broody. Ehhh. Weil wir auch als Single Nazame Zidu Broody hatten, hatte ich mal gedacht, nämlich Cashmo Broody, weil das für mich eine sehr, sehr nice Version von Broody ist. Ehhh. Deswegen Cashmo mit Broody als Pick. Denn er bleibt Broody. Yeah. Was hast du denn, Teddy? Also ich hab da den Skepter mit Love Me Not mit hier Chap Rabi und Be Life. Da hieß ein Song von seinem Ignorance is a Bliss Album oder wie das heißt. Also auf jeden Fall sein neuestes Album hab ich mir letztens reingezogen und das war einer der Songs, die für mich rausgestochen sind. Da haben die Dings gesampelt. Kennst du den Song? It's murder on the dance floor. Ja. Ja. Haben die geil geflippt. Find ich nice. Ist jetzt in der besten Playlist meines Lebens. Einfach folgen, Freunde. Und an der Stelle haben wir es schon vollbracht. Es ist soweit. Wir sind im Outro. Dort müssen wir natürlich ein bisschen wieder die Werbetrommel trommeln. Und an dieser Stelle muss ich sagen, die Worte von letzter Woche haben ein bisschen Wirkung gezeigt. Wir haben ein bisschen mehr Follower auf der Fresher Lake Seite. Aber um ehrlich zu sein, okay, es sind nur 30 oder 20 glaube ich gewesen. Es geht noch mehr. Es ist noch mehr Luft nach oben da. Wir sind ja einige Hörer hier wöchentlich und ich denke mal unter euch sind auch diverse Leute, die Instagramer haben. Ey, wir brauchen die Zahlen auf der Fresher Lake Instagram Seite. Einfach damit, wie gesagt, diese Auswertungen auch immer eine Wirkung auf einen Rapper haben. Haben sie zwar zur Zeit auch. Also ich hatte jetzt auch in dieser Woche wieder zwei Fälle, die zum Schreien wären. Aber es ist einfach wichtig, dass auch bei jeder Auswertung eine gewisse Anzahl an Likes da ist und so. Weil halt alle in der heutigen Zeit reichweitenorientiert sind. Da müssen wir halt auch ein bisschen pushen und auch zeigen, dass es die beste Community meines Lebens gibt und dass nicht irgendwelche Zahlen und Postings sind, die irgendein Beliebiger machen könnte. Wir müssen auch ein bisschen hier diesen Movement hier nach außen tragen. Deshalb Fresher Lash Instagram Seite folgen, Fresher Lash YouTube Seite abonnieren und immer die schönen Videos abchecken. Ich versuche es auch in den nächsten Tagen wieder anzufangen, auch einzelne Fresher Lash Videos zu pumpen, rauszupumpen, auch auf dem Channel. Und jetzt kommen wir zum Eingemachten meine Instagram Seite. Folgt mir auf Instagram THDYFILMS auf Instagram. Einfach folgen und jeden Tag in die Story reingucken, denn dort befinden sich alle Abstimmungen. Sei es zu Songs, sei es zu Alben, sei es zu Cover, sei es zu Meinungen, die in einem oder Aussagen in einem Interview, die dort getätigt wurden. Alles befindet sich in meiner Insta-Story und aktuell ist es auch wirklich so. Das ist ein eigener Kanal. Meine Insta-Story ist ein eigener Kanal mit eigenem Content. Da gibt es hier, was hatten wir jetzt Freitag hier? Flashback Fridays gab es da mit alten Ja, Flashback Fridays. Genau, mit alten Videos von Summer Jam, wie er da Breakdance im alten Video von Echo gemacht hat und so weiter. Also es gibt da auch Content. Es lohnt sich, wandert rüber und folgt mir. Es lohnt sich aber nicht nur auch bei mir, sondern auch bei dir. Deshalb, Taka, wie findet man dich denn im Internet? Mich findet man auf Instagram, Twitter mit dem Namen takamania88. T-U-C-K-E-R-M-A-N-I-A-88. Geil. Einfach liken, liken, folgen, folgen, folgen. Ja, sehr schleppend, Alter, aber ich weiß, dass ich, Alter, vielleicht macht es irgendwann mal Optik-Boom, Alter, dass du dann auf einmal mehr Follower siehst, Alter, und dann geht's los, Alter. Darauf wartet man, wartet man, wartet man. Ach, was? Geduld ist geil. Geduld ist geil. Punkt, da muss ich dich mal unterbrechen hier. Nein, Spaß. Nee, wir warten nicht drauf. Muss aber kommen, automatisch, es kommt ja, wir geben Gas, ziehen durch, dann kommt das schon. Geduld ist da. Geduld ist da. Ich glaube, das war's für diese Woche. Mehr hatten wir nicht zu sagen. Ich glaube, Frech der Woche hatten wir, Lech der Woche hatten wir. Ist so hartbar. Dann würde ich sagen, vergesst den Daumen nach oben nicht hier bei YouTube. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und verbreitet das Wort der besten Community meines Lebens. Und wie du schon angemerkt hast, schreib doch schön Kommentare. Das war die 46. Falsch, 47. Episode von der beste Podcast meines Lebens. Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Taka. Und wir sind raus. Wir hören uns spätestens nächste Woche in alter Frische. Haut rein, Freunde. Peace. Peace. Haut rein. Peace. Fürfeier! Genau. 45. 10. 11. 20. 20. 16. Vielen Dank.